So, wir fangen an. Wir spielen heute Deliver Us Mars. Das ist die Nachfolgergeschichte von Deliver Us Moon. Was damals, sag ich mal, fand ich relativ überraschend sehr erfolgreich wurde. Das ist ein Science-Fiction-Abenteuer. Diesmal habe ich schon gesehen, der Fokus soll ein bisschen anders sein als beim ersten. Wir sollen ein Kolonieschiff wiederfinden, was auf dem Mars wirklich strandet ist. Das alles ist aber eine familiäre Vorgeschichte. Und das Hauptcharakter. Ich werde da einfach reingehen. Ich habe mich extra nicht zu viel spoilern lassen, weil es sind ja inzwischen auch Tests und Rebels raus. Und kann da relativ unvorhergenommen rangehen. Das ist nämlich heute rausgekommen. So, wir starten ein neues Spiel und gucken uns erst mal das Intro an. So, wir starten ein neues Spiel. Beep, Beep. Beep. Mondbear1, Ihre Bogekontrolle. Mission ist startklar. Hören Sie mich? Erde an Kathie. Hallo, Erde an Kathie. Hallo, du Erforscherin. Hey! Kleine, schau. Ich hab für mein Mädchen einen neuen besorgt. Doch bevor ich ihn dir gebe, musst du versprechen, dich besser um ihn zu kümmern. Okay. Nicht wieder kaputt machen, wie die davor. Versprochen. Ein Mondbär für mein Mondbär. Ich bin fast soweit, Kathy. Ich zieh mir nur noch schnell meinen Tauchanzug an. Übertreib mal nicht, Schatz. Schule und Arbeit hören nicht auf. Geh's mal langsam an. Ich weiß, aber ich hab die Zeit vergessen und der Lernstoff ist so faszinierend. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich glaub, es gibt ein statisches Haarproblem. Versprochen. Ja. Irgendwie sehen alle ein bisschen gruselig aus in der Familie. Eine Raketenstartrampe. Moonman Bundle, Ausgabe 1, Weite Reise, Ausgabe 2, der erste Kontakt. Das Schicksal der Welt steht immer noch auf dem Spiel und ein mutiger Astronaut reist zum Mond. Seine Missionen herausfinden, warum die Mondkolonie keine Funksprüche mehr sendet. Auf einer verlassenen Raumstation findet er Hinweise darauf, dass sein alter Freund auf dem Mond vielleicht noch überlebt hat. Schafft der Astronaut es von der zerstörten Raumstation auf den Mond? Über die Autoren, der Autor Konrad van Ceyck und die Künstlerin Amira Thorka nutzen ihre gemeinsame Stationierung auf der Copernicus Mondzentrale als Inspiration, um diesen spannungsgeladenen Thriller zu schaffen. Und das ist die Story, glaub ich, von Teil 1 gewesen. Ich habe übrigens in den Optionen eine einzelne Haarberechnung angeschaltet bei Grafik und ich glaube, das war das Problem von der Mutter. Deshalb sind die Haare so weggesprungen. Die Haare so weggesprungen sind die Haare so weggesprungen und die Haare so weggesprungen sind. Alle Menschen wollen jetzt einen Teddybär-Vader haben. Nur wegen der Star-Wars-Anspielung vorne. Du bist immer noch mein Gravitationszentrum in Liebe, Liz. Licht. Ein schönes Haus gefunden, gleich um die Ecke vom Campus. Wir sollten einen Gratis-Umzug für die Treue bekommen. Ach, Lizzie, noch so eine Saison und die ganze Gegend wird zu einer reinen Wüste. Können wir nicht noch warten, bis die Kinder aus der Schule sind und ich wenigstens einmal eine Assistenzzeit zu Ende bringe? Ich will uns doch nur beschützen. Lustig. Die Kinder haben einen Vater, der zum Mond pendelt. Schutz bedeutet etwas anderes für sie. Stimmt, toll. Ich will ihnen nur etwas Normalität geben. Okay? Ihhh! Mamas und Papas dürfen sowas machen. Tut mir auch richtig leid. Eilmeldung, wir sind live an der Südgrenze von Colorado in den Vereinigten Staaten, wo zwischen Flüchtlingen und dem Grenzschutz ein Kampf ausgebrochen ist. Präsident Van Santen verurteilt die Gewalt und kommentiert... Wolltest du nicht mit Claire schnorcheln gehen? Ah, Helikopter-Eltern. Sie wollen mich fernhalten von den Problemen der Erde. Spektakulärer Heldsprung, Schatz. Danke. Ein wahrer Athlet. Naja, bei den optischen Eltern ist es kein Wunder, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Wenn der Vater zwischen Mond und Erde pendelt, wird er wahrscheinlich kein Idiot sein. Er wird wahrscheinlich einen wichtigen Forschungsjob haben. Ja, weil Stofftiere immer mit zum Schnorcheln sollten. Ich weiß, Dad. Keine Sorge. Na komm. Warte mal, Schatz. Du nimmst doch nicht etwa Mondbeer? Okay, Dad. Hab dich lieb. Und jetzt ins Wasser mit dir. Soweit ich weiß, spielt dieses Spiel zehn Jahre nach dem ersten Spiel. Wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe. Kathy, was habe ich gesagt? Aber Mondbeer will auch schnorcheln. Gib mir den Meer, du kleine Chaote. Nein. Ich schwöre, das Freche hast du von deiner Mutter. Nicht von mir. Na komm, Kathy, spring rein. Mondbeer. Wasserbombe. Wasserbombe. Mondbeer? Kannst du mich hören? Dad? Ist ja gut. Ich werde dich jetzt nach Hause holen, okay? Komm schon. Dad? Ist ja gut. Bin da, Carla. Alles okay. Ayla? Ayla? Ayla! ASI 7633-R. Eigentumstransferautorisation 170544. Isaac Johansson. Sag deinen Namen. Kathy Johansson. Egal, was passiert. Bleib immer dicht bei Ayla. Lass sie nie außer sich kommen, okay? Ich hab dich. Ich hab dich. Hör zu, Mondbeer. Wir müssen jetzt reise sein, okay? Nein. Jetzt hör mir gut zu. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Wie fühlst du dich? Kannst du gehen? Wo ist Mondbeer? Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Schatze. Ich will Mondbeer. Ich glaube, er ist hier irgendwo. Mach schnell. Hab ihn. Gut. Jetzt komm her. Ich brauche deine Hilfe, Mondbeer. Da ist ein Schalter am anderen Ende des Raumes. Wenn er angeht. Musst du draufdrücken, okay? Okay. Jetzt, Mondbeer. Und, Schatz, sie dürft dich nicht sehen. Okay, gehen wir. Okay, hör genau zu, Schatz. Im Raum am anderen Ende dieses Lüftungsschachtes ist Ace. Rosas Ace? Ja. Wir müssen ihn unbedingt holen und zu ihr zurückbringen. Ace hat mich am liebsten. Nach Rosa. Stimmt, genau. Deswegen musst du jetzt da hochklettern und ihn zu dir rufen. Leise, okay? Okay. Warum hakt er denn immer wieder dazwischen? Hallo? Performance-technisch kann das nicht mein Problem sein. Kapierst du das nicht? Sie lassen die Wietergruppe zurück. Wir sind... Also, wollen sie die Erde aufgeben? Sagen wir dem Team, dass wir ein ASI des Rates haben. Wir brauchen mehr von diesen Hologrammen. Ace. Ace. Ich bin's. Hi. Komm mit. Was machst du da? ASI-Einheit Nummer 67354-N. Starte Übergabe-Protokoll. Lunar-Rad-Überbrückung. Isaac Johansson. Code 170544. Ace mag das nicht. Ist schon gut. Er weiß nicht, dass wir ihn zu Rosa zurückbringen. Isaac Johansson. Wir müssen uns beeilen, Mondwehr. Sie suchen bestimmt nach uns. Aua. Meine Beine tun weh. Komm, ich trage dich. Ich trage dich. Claire? Kathy? Claire! Kathy! Dad! Dad! Das war Claire! Hey! 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 Warum bleibst du davon? Wenn Claire uns erwischt, bringen sie mich weit von ihr weg. Wo gehen wir hin? Wir gehen zur Autohol, Mondwehr. Zusammen. Automatische Straftatik, wenn sie in der Tür sind. Betriebe sie mich wieder sofort. Ja, es funktioniert. Moment. Warum öffnet sich Vitas Tür nicht? Komm schon. Komm schon. Kathy! Mache ab, bitte. Bitte, Kathy. Öffne die Tür. Kathy. Öffne diese Tür. Mondwehr, verstehe doch. Wenn Daddy mit Claire zur Erde zurückkehrt, werden sie uns beide für immer voneinander trennen. Wir müssen auf das Schiff, bevor es ohne uns abhebt. Ich muss diese Tür aufkriegen. Schnell, mir nach. Ich kann nicht so schnell laufen, Daddy. Die Animation könnte ein bisschen stärker sein. Vor allem die Gesichter sind echt hart. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Angela Merkel. Ich komme, Mondwehr. Claire! Halt! Nein! Lass mich los! Achtung! Startsequenz eingereitet. Abschlussbereich heulen. Achtung! Startsequenz eingeleitet. Abschlussbereich heulen. Dad! Dad! Zurück zum Kontrollraum! Damit, du. Damitist du. Nicht wahr. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Moment. Du fühlst dich von mir und meinem Superhirn bedroht. Du und dein Superhirn brauchen trotzdem einen Dienstälteren wie mich, um an einer NPT-Schüssel zu werkeln. Schon vergessen? Hast du etwa zugegeben, dass du Alp ist? Jedenfalls, bin fast fertig. Muss nur was von den Platten abschneiden, die den Hohleiter blockieren. Sagst du der Zentrale, dass die Schüssel so weit ist? Hab ich schon. Denk dran, die Streampunkte mit den Empfängern zu verbinden. Hier ist doch nicht, dass ich nach oben bleiben muss. Räumen das Hindernis aus dem Weg. Ach, der will mich wahrscheinlich noch weiter runter schicken erstmal, ne? Ach, der will mich wahrscheinlich noch weiter runter schicken erstmal, ne? WSA wird wahrscheinlich World Space Agency sein, ne? Wie die ESA halt zum Beispiel. European Space Agency. Gute alte menschliche Arbeit. Gut, jetzt noch die Streampunkte verbinden und fertig. Oh ja, ihre Animation ist nicht das Perfekte. Könnte echt ein bisschen hübscher sein. Vielleicht wird's besser, wenn sie später noch Raumanzug tragen muss. Willkommen auf der Erde. Nur noch die Streampunkte verbinden, dann bin ich da. Ja. 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 Hier gibt kein Schalter. Um irgendwas aufzumachen muss man alles erschneiden. Wie kamen die Leute vor Stream klar? Da muss ja das ganze Wohnzimmer ein einziger Kabelsalat gewesen sein. Genau so war es. Gute Zeiten. Okay, jetzt noch den Empfangspunkt zum Verbinden finden. Achso, dann rüber und den einfach umstellen. Wobei, da ist ja was im Weg. Das muss ich wahrscheinlich auch noch zerschneiden. Ah ne. Den muss ich nach links. Den anderen dann nach rechts. Ich muss die Strahlen kreuzen. Das ist die dritte Anlage, die ich mit Stream verbinden musste. Diese Schüsseln sollten nicht mit Notstrom laufen. Genauso wenig wie alles andere hier. Diese kleineren Cascreen-Antennen halten keinen Thermoschock mehr aus. Zumindest solange dauerhaft Strom durch sie fließt. Dir ist schon klar, dass du nur Kauderwelsch redest? Komm, sogar du weißt, was ein Zyklotron-Wellengleichrichter ist. Also, jetzt denkst du dir was aus. Steige ein. Ich darf nicht mehr vorne mitfahren. Ein Stream ist eine Art WLAN, aber mit Strom. Denk ich mal. Also, es ist, äh, über die Luft übertragener Strom. Ach, das ist doch gleich, wo ich, äh, aufwache. Oder auf der Pferdekutsche aufwache bei Skyrim. Mäme. Hör mal, deine Schwester ist vielleicht nicht groß, aber wenn's um dich geht, würde sie einen Löwen mit bloßen Händen töten. Also, ist das jetzt ein Ja? Hallo? Warte. Ich hab eine Nachricht bekommen. Ich muss sofort zu Maria. Geht offenbar um ein streng vertrauliches Notfall-Meeting. Maria? Ach, dann geht es wohl um was Ernstes. Darf ich mitkommen? Hä? Nein. Du musst mich nur an den Sicherheitsleuten vorbeischmuggeln. Und wenn ich dann... Nein. Gut. Ach, das gut kenne ich. Claire? Gehst du zu dem Meeting bei Maria? Zu dem du nicht eingeladen bist. Ja. Bitte, Claire, schleus mich irgendwie rein. Ich will doch nur... Naja. Ich muss los. Vielleicht kriegst du ja Ryan rum, wenn du ihn genug nervst. Ich erfahr schon noch, worum es ging. Schon gut. Halt dich noch bedeckt. Es ist wieder unruhig zur Zeit. Wirklich? Was ist mit deinem diplomatischen Fingerspitzengefühl? Hat nicht funktioniert. Schau mich nicht an. Sonst seht ihr die Unzulänglichkeiten meiner, äh, Gesichtsmodellierung. Also gut. Steig hier aus. Wirklich? Wirklich. Lass die Erwachsenen erstmal ihr Behind-Meeting abhalten. Hey, das war echt nicht nötig. Ich möchte nur nicht, dass du Dummheiten anstellst, um doch noch reinzukommen. Niemals. Hm. Denk nicht mal dran. Ja, ja. Ja. Aber ihre ganze Körperhaltung irritiert mich einfach so massiv. Der WSA-Globus fasst schon ironisch, dass der golden angemalt wurde, wo dieser Planet doch immer mehr einer Wüste gleicht. Ich kann nichts daran ändern. Die Generationen vor unserer haben einfach alles für selbstverständlich gehalten. Also ohne jetzt sexistisch zu werden, aber ihr Pfannkuchenarsch macht mich auch fertig. Bei der Animation. Das Museum. Ja, von hier kommen wir bis zu Maria. Lass uns auch etwas umsehen. Ich war ewig nicht hier. Die Liebe Asmon war ein, äh, sehr gutes Spiel. Also das hier ist auch ein Science-Fiction-Abenteuer, weshalb ich das natürlich mir gerne mal angucke. Science-Fiction geht halt theoretisch immer. Und wohl auch sonst niemand. 2041 hat die Luna-MPT-Schüssel dabei geholfen, die Energiekrise abzuwenden, indem sie gewaltige Energiemengen erzeugt hat. Nach dem großen Blackout 2054 und der Initierung von Mission Fortuna ist Rolf Robertson zur Mondbasis geflogen, um den MPT neu zu starten und ist dabei ums Leben gekommen. Die WSA gibt wirklich ihr Bestes um den Energiebedarf unserer Welt zu decken. Bestimmt können wir irgendwann der ganzen Bevölkerung helfen. Der große Blackout katapultierte die Erde zurück in eine Energiekrise. Und Claire Johansson, Maria González und Rolf Robertson traten Mission Fortuna an. Eine bemannte Mission, um die Ursache des Blackouts zu finden. Unter der Anleitung von Johansson und González konnte Robertson die MPT-Schüssel wieder auffüllen und verbinden. Er hat wirklich viel zur Auferstehung der WSA beigetragen. Es gibt irgendwie so ein paar Sachen, die wirklich ganz hübsch sind. Und dann sieht man seinen Charakter. Aufweist die Story ganz gut. Muss man einfach mal schauen. Nach dem Erfolg von Mission Fortuna leitete Claire Johansson Mission Vestia, um Arbeitskräfte zum Lula-MPT zu bringen und Rolfs Leichnam zu bergen. Claire und ihr Team entdeckten die schwerverletzte Software-Ingenieurin Sarah Baker im Kryoschlaf. Isaac Johansson, eines der drei Mitglieder des Lunar-Rats und einer der Urheber von Outworld, nahm die letzte Arche und floh. Da habe ich den zum letzten Mal gesehen. Schon gut. Nur wenn ich daran erinnert werde, dann... Schon gut. Da haben meine Schwester anscheinend echt viel gemacht. Rolfs Raumanzug. Vom Mond. Was dieser Anzug alles gesehen hat, Teil einer so legendären Mission zu sein, bleibt für die meisten nur ein Traum. Wahrscheinlich Supporter oder Team. Aber es sind Nicknames hier. Eila, probier doch mal, ob wir die Tür da aufkriegen. War einen Versuch wert. Oh, hi Mark. Ist es Zufall, dass sie den gleichen Nachnamen haben, wie die einen Astronauten aus dem Film Marsiana? Ich habe keine Ahnung. Aber es könnte auch einfach Zufall sein. Sie ist gut aus, Claire. Ach so, sehe ich doch nicht mehr aus. Ein Witz, oder? Du siehst echt gut aus. Stets bemüht. Du, bloß bemüht. Ja klar. Ich, äh, ich meinte, äh... Danke. Oh, die sieht echt schon sehr alt aus. Komm mit, Alex. Wie viele Jahre sind denn vergangen? Ich habe nicht darauf geachtet, wann die, äh, Kindersequenz war. Wolltest du auch zu Marias Büro? Warum? Wir müssen einmal kurz in die Option. Das Problem ist nämlich, glaube ich, bei Grafik. Das ist Gromps. Und Gromps ist die... ...hohe Aufleusung beim Rendern von einzelnen Haaren. Oh, weil ich auch da hin will. Und ich denke mal, das macht diesen Fehler. Das habe ich mich vorhin angeschaltet, obwohl es standmäßig eigentlich aus war. Deshalb nehmen wir es mal raus. Wie lange hast du eigentlich auf dem Mond stationiert? Ich war auf der Raumstation. Meistens. Ach so. Deshalb habe ich dich nie an der Oberfläche gesehen. Ich, dich aber. Oh, wirklich? Bei Softwareverbesserungen für Rosas ASI. Oh ja, Ace. Krass, ey. Licht macht alles schöner. Deine heißt Alex, oder? Wo wolltest du hin? Warte, warte. Du hast noch gar nichts geantwortet. Äh, worauf? Wie lange du auf dem Mond warst. Auch die Jahre mit unfreiwilligem Kryoschlaf. Oh, ich wollte dich nicht. Ich müsste jetzt wirklich zu dem Meeting, Kathy. Ich wollte mich nur entschuldigen für das, was mit meinem Dad war. Er wollte das nicht tun, das weiß ich. Deshalb wollte er dich auch retten auf dem Mond. Mich retten? Dein Dad war nicht... Kathy, ich will jetzt nicht respektlos sein, aber... Was dein Dad und der Luna Ratten, sie... ließen uns dort im Stich. Sie haben unglaubliche Untaten... gegen die Menschheit und unseren Planeten begangen. Dafür müsste man sie zur Rechenschaft ziehen. Ähm, störe ich die Damen? Nein. Nein. Bei all dem Nachholbedarf an Präzedenzfällen überrascht es mich nicht, dich hier zu sehen. Wenn ich's bis hierher geschafft hab, könntest du mich ja... Maria meldet sich ja per Video, also kannst du... Okay, ihr habt das wohl einstudiert. Du hast es erfasst. Nicht hier. Ich bin eben ein Rebell. Auf geht's. Die sieht immer ein bisschen aus wie so ein angeschossenes Rehkitz. Vor Danny... ... werden UAE auf geht's... mapped hermanies dich nicht so einwolf an... Okay, ich bin jetzt... auf geht's. So... wie geht's... You... Ich bin du nor! schneiden aktiviert voll gute zukunft wo jedes kind einfach so ein laser an der hand hat okay sie ist ingenieurin technische hilfskraft ja 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 Kannst doch bestimmt auch Knöpfe drücken. Ja, warum kann ich mit der Drohne nicht dagegen hüpfen einfach? Oder beziehungsweise dagegen springen. Das würde alles viel einfacher machen. Dieser Arsch macht mich fällig, ey. Der ist ja noch flacher als meiner. Entschuldigung. Ich meine, das ist in keinem sexistischen Contest. Das ist einfach nur so ein gesundheitslichen, anatomischer. Kann man nicht gesund sein? Sich da drauf zu setzen, zum Beispiel. Entschuldigung. Ich denke übrigens, dass sie volljährig ist. Kannst nicht fassen. Also der Mars? Was? Dort sind sie, wie es aussieht, schon seit 13 Jahren. Sie sind näher an uns dran, als wir je dachten. Alles okay? Kann mir kaum vorstellen, wie schwer es sein muss das nachher. Schon gut, schon gut. Dann ist Mission Opera endlich gerechtfertigt. Ja. Mission Opera? Sarah? Seit wir Sarah und Kathy vom Mond geholt haben, arbeiten wir an einem Krisenplan. Für den Fall, dass wir Outward finden sollten. Bei Mission Bestia fand wir Hinweise darauf, dass die drei Archen mit den Outward vom Mond flog, nicht nur zum Transport ließen. Unseren Informationen zufolge können die drei Archen eine Triade bilden. Eine sich vollends selbstversorgende Siedlung. Aber warum dann? Warum jetzt? Ist es ein Notrufsignal oder eine Einladung? Völlig egal. Mission Opera hat nur ein einziges Ziel. Die Archen und ihre revolutionäre Technologie zurückbringen. Wir sollten das Signal analysieren. Vielleicht bekommen wir die Verschlüsselung raus. Wir arbeiten aktuell daran. Ich kann euch hinten gleich Zugriff aufs Terminal geben. Macht euch ein Blitz davon. Ayla, schnell! Find da einen Weg in diesen Raum. Was ihr jetzt gleich hört, verlässt nie diesen Raum. Ist das klar? Oh hoha. Oh ho. Hey. oder? Was machst du? Mondbär. 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 Ich muss die aktuelle Sachlage niemandem schönreden. Die Atmosphäre hier wird mit erschreckendem Tempo zunehmend schlechter. Die Lona-MPT-Schüssel hilft zwar etwas dabei, den Energieaufwand zu vermindern, doch Energie ist gerade unsere geringste Sorge. Diese CO2-Werte steigen ständig an und töten dabei viele Pflanzen und Tiere. Jeden Tag. Die Wahrheit ist, dass unsere Heimat so unbewohnbar wird, wie jeder andere Planet da draußen. Wir brauchen Archen. Sofort. Claire, du führst die Bermut-Mission an. Wähl ein Team und hol die Archen zurück. Du hast ein paar Monate. Wir können nicht viel länger warten. Ich verstehe. Ich will zuerst Ryan und Sarah hier ins Team aufnehmen. Beide sind Experten auf ihren Fachgebieten und mir persönlich wichtig. Ich vertraue ihnen zutiefst. Dann wäre noch eine Stelle offen? Ja. Hey. Hi. Das mag idiotisch klingen. Warum fragen wir nicht Kathy? Was? 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 Sie war weit vor den anderen Absolventen im Programm. Du meinst, die einzige Klasse Astronauten der letzten zehn Jahre? Trotzdem hat sie so gut wie jede Aufgabe gemeistert. Manchmal mit mehr Punkten als ich. Auch wenn du sie nicht dabei haben willst. Bessere MPT-Ingenieure gibt's kaum. Wir brauchen ihr Wissen. Außerdem, und ich würde nie zugeben, dass ich das gesagt habe, ist Kathy die talentierteste Ingenieurin, die die WSA hat? Außer euch zwei. Und natürlich mir. Wir erwägen das jetzt, aber nicht im Ernst, oder? Sie hat keinerlei Vorerfahrung. Sie gefährdet da nur die Mission. Sarah hat recht. Kathy sollte nicht mit ins Team. Da sind zu viele Störfer. Hey, hey, Maria. Dürfte ich reinkommen? Ernsthaft? Bitte, Claire. Ich will ein Teil davon sein. Hast du gelauscht? Ja, das tut mir leid, aber Claire, du weißt, ich hab mich der WSA bewiesen. Zwei Diplome gleichzeitig. Hauptfach Streamtech und Bestnoten im Astronautentraining, wie Ryan sagt. Nett von dir das zu sagen, Kumpel. Klar. Und du brauchst mein MPT-Wissen. Bitte, Claire, wenn du bei mir bist, dann schaffe ich das ganz bestimmt. Wir schaffen das. Außerdem gibt es außer mir nur... Wie viel? Drei Astronauten mit Training? Also... Du solltest sie aufnehmen, Claire. Was? 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 Klasse. Sie ist eine der qualifiziertesten Personen bei der WSA. Aber natürlich hast du das letzte Wort. Wie häufig was gesagt wird. Okay, Cathy. Obwohl Ryans letztes Argument ziemlich lachhaft war. Ja. Autsch. Glaube ich, dass du alles Nötige für den Erfolg der Mission tun wirst. Oder, Cat? Klar doch. Ich würde gerne über die Einzelheiten der Mission reden. Mit Claire, Sarah und Ryan. Kannst du das aushalten, ohne uns diesmal zu belauschen? Oh, da ich ja jetzt... Mhm. Ja. Ja. Klar doch. Ich weiß gar nicht, warum ich Tränchen in den Augen habe. Wahrscheinlich, weil sie Erfolg hat, obwohl sie so hässlich ist. Ja. Ist gut vertont, finde ich. Ist immer schwierig zu sagen, ob das im Stream auch so ist, aber ich finde die Vertonung richtig gut. Auch die Sprecher sind eigentlich ordentlich. Also für eine deutsche Vertonung. Na, die Gesichter sind leider echt nicht gut. Aber gleich haben alle Helme auf, dann wird es besser. Alles klar da drin, Ayla? Brauchst du irgendwas? Aber Ayla ist echt hübsch. RTX ist an übrigens. Du Diva. Das RTX fehlt nicht. Weil gerade geschrieben wurde, fehlen ist RTX. Du siehst nervös aus. Alter. Ach so, du hast eine andere Person. Ich dachte schon, hier hat sie sich in den Anzug gebeamt. Ich bin nur stolz. Hey. Die Narbe auf Saras Bauch hat, der hat dir das Ding verpasst? Ja, warum? Los, neugierig. Klopf, klopf. Fertig. Auf geht's. Kat? Kat? Mir ist aber aufgefallen, die anderen haben richtige Ärsche bekommen. Jetzt hast du mir gedacht, mit dem Anzug passt das besser. Die Bewegungsanimation. Ah, die haben halt... BK sind auf dem Weg zur Rakete. Die lassen die halt ohne den Anzug, ohne dieses Rückenpack, was natürlich diese Haltung dann begünstigen würde, mit dem Rücken nach vorne, beim Laufen, lassen die da auch ohne laufen. Und deshalb wirkt die normale Bewegung ohne Anzug so unwirklich. Also so falsch. Gut. Weil jetzt wirkt das natürlicher. Durch den Rucksack. Auf geht's. Kein Zurück mehr. Nope. Wisst ihr, was mich noch beschäftigt? Was? Wieso dürfen wir besser leben, als die Leute aus dem Elendsviertel? Wie kann das sein? Reine Wahrscheinlichkeit. Geografisch und demografisch. Zur rechten Zeit am rechten Ort geboren. Die leider nicht. Stimmt. Sie scheinen wirklich nicht zu wollen, dass wir gehen. Nein. Wenn man bedenkt, wie viel sie... Wow. Ach du Scheiße. Alles okay? Ja. Hab mich nur erschreckt. Sind die verrückt? Es ist keinem geholfen, wenn sie uns verletzen. Verstehen sie denn nicht, dass wir sie nur retten wollen? Diese Leute bleiben auf der MPT-Warteliste, bis sie irgendwann sterben. Wenn ihr sehen würdet, was die WSA investiert, um uns vier ins All zu schicken, ihr werdet auch wütend. Sie verstehen es nicht. Aber wenn die Archen hier sind, werden sie es. Oder nicht. Vielleicht doch. Und das wäre toll, aber ihr versprecht, was das vielleicht nicht passieren wird. Selbst wenn wir die Archen zurückbringen. Es quillet Hoffnung in unserer Brust. So sehe ich es jedenfalls. Alexander Pope, Verband und mattlos ausirrt der matte Geist, webt eine bessere Zukunft. Sieh einer an, du Hobby-Poet. So bin ich. Hübsch von innen wie von außen. Okay. Seht euch diesen Ausblick an. Wow. Und mit drei Frauen ins All. Immer wieder beeindruckend, oder? Der Hahn im Chor. Zu schade, dass sie nicht ganz gelungen ist. Was? So knapp wie die Materialien sind, ist es ein Wunder, dass dieses Ding überhaupt hier ist. Hättest du uns bei der Vorbereitung nicht sagen können, dass wir zweite Klasse fliegen? Ihr solltet euch keine Sorgen machen. Außer ganz kurz vor dem Start. Nur fair ist euch jetzt zu sagen. Klar, klar. Wenn Claire glaubt, dass sie die Mission übersteht, dann sollten wir ihr vertrauen. Ich glaube, die Zephyr 3 wird die Mission problemlos bewältigen. Falls ja nur die Erde herstellt, der Weltraum wird wunderschön. Weil wenn ich hier die Tür mit diesem Push-Button sehe, möchte man sich einfach nur dagegen schleudern. Ich glaube, da war der Zug aus Half-Life 1 schöner. Aber Grafik ist nicht alles. Ich fühle mich von der Geschichte bis jetzt gut unterhalten. Und darum geht es ja eigentlich. Und der Mann, der mitreist, ist nicht schwul. Der ist nicht mit einer von beiden zusammen. Ich glaube, mit der vorderen. Man merkt erst, wie hoch es wirklich ist, wenn man... Ja. Ich kann sie nochmal die schöne kaputte Erde angucken. Startsequenz eingeleitet. Operateam, Ihr Bodenkontrolle. Prüft noch einmal Eure Systeme. Roger, BK. Kommunikationsprüfung. Bereit. 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 Cat System Check. Sauerstoff? Sauerstoff bereit. Flug? Flug bereit. Navigation? Navigation bereit. Bodenstartsequenz? Bodenstartsequenz bereit. Treibstoff? Treibstoff bereit. Flüssigsauerstoff? Flüssigsauerstoff bereit. Energie? Energie bereit. Startsequenzfunktion? Startsequenzfunktion bereit. Treibstoffladung? Sind bereit. Brian, Luftabdichtung und Zusammensetzung im Cockpit? Abdichtung und Luftzusammensetzung sind bereit. Brennstoffzellen-Thermoaufbereitung? Aufbereitung bereit. Aufbereitung bereit. Cat, Strongback einfahren. Aber eigentlich ist die Perspektive mit dem Wechsel nach hier drinnen schon ganz cool gemacht. Strongback erfolgreich eingefahren. Sarah, Leitungen lüften. Äh, gut, dass das mein erster Tag ist. Achso, ich bin nicht Sarah. Stimmt ja. Ja. Sequenz gestartet. Cap, orbital Zugriffsarm. Orbital Zugriffsarm eingefahren. Roger, starte Hilfsaggregate. Das war FTçuseremi. Wir wissen auch nicht wie ein Es ist die Frage, wie schalte ich denn zwischen den Hin und Her? Ah, ich muss den Button berühren. Lüftungshaube eingefahren. Operateam, Visiere runter. Bereit. 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 Cap, Transfer auf autonome Energie. Transfer abgeschlossen. Wir nutzen eigene Energie. Sarah, Startplattform, Schalldämpfungssystem. Dämpfungssystem online. Aktiviere Feststoffschubdüsenfunkensprühsystem. Funkensprühsystem ist bereit. Cap, Feststoffschubdüsen bereit. Feststoffschubdüsen bereit. Feststoffschubdüsen bereit. Schubdüsen bereit. Sind schnarrtklar. Auf geht's. Und wir heben ab. Transfer 3, hier Bodenkontrolle. Der Vogel ist in der Luft. Seht gut aus. Auf geht's. Er ist in der Luft. Er ist in der Luft. Okay, bei der Vibration den Controller festzuhalten ist mein heutiges Workout. War richtig geil gemacht. Max, Q steht bevor. Kat, starte Abtrennung Phase 1. Bereit. Roger, starte Zündung in der zweiten Phase. Äh... Achso. Bereit. Zweite Phase zünden. Bereit. Oh, wir sehen schon ganz leicht die Sterne. Oh, wir sehen schon wieder. Äh, ich weiß nicht ob diese Wolke da gewollt ist. Doch. Sind Truster. Schalte zweiten Motor aus. Kat startet zweite Abtrennungsphase. Und ist weg. Als Mensch so was ich wirklich mal zu erleben. Ach, das wäre unbezahlbar. Ja, sie ist die Zerstörung der Erde. Wahrscheinlich gibt es Werbeplakaten von gewissen Parteien zu der Zeit von... Das kommt nicht aufs Äußere, sondern es kommt auf das Innere drauf an. ... Los gehts Opera Team! Eine große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Schatz, hast du Philosophie-Zitate für die ganze Reise eingeplant? So etwa fünf am Tag. Ah, gut. Ich zeig dir was Cooles. Wie kommst du den Fluchtkapseln? Gut, oder? Prima. Von Lao Tzu, wie? Dachte zuerst an einen kleinen Schritt. Oh, wow. Alte Schule, hm? Siehst aufgeregt aus. Du siehst nie aufgeregt aus. Wird bloß nicht frech. Ich war so sparsam wie möglich beim Design dieses Schiffs, doch ein wenig Geld wollte ich dann doch noch ausgeben. Für ein Fenster. Mach mir das nicht kaputt. Sorry. Sieh mal. Hm. Hm. Es wird lange dauern, bis wir Sie wiedersehen. Dafür tun wir das alles. Oder, Kat? Stimmt, da hast du recht. Sarah und Ryan leben sich wohl in ihrer Kapsel ein. Ich gehe wieder ins Cockpit. Nachmach der Kälte schlaft bis zum Mars. Ich bin einfach nur hin- und hergerissen. Manche Szenen sind ja sehr schön gemacht. Und dann sind es wieder Szenen, wo du denkst, what the fuck? Okay, jetzt sei ehrlich. Bist du mit Claire je so weit vom Haus entfernt gewesen? Nein. Oh, Rückblende, mein Kindheitsalter. Wie ist es so schön, hinter deinem Vater herzutauchen? Kaugummi-Koralle. Nicht wahr. Doch, wahr. Sieht überhaupt nicht wie Kaugummi aus. Hm, naja. Also als sie den Namen bekommen hat, vermutlich schon. Wie unterhalten sich beim Schnorchel unter Wasser. Ähm. Kack-Koralle? Natürlich, was frage ich auch. Übrigens, Mom ist auch gern getaucht. Nach Daddies Ausbildung sind wir immer zusammentoren gegangen. Ausbildung fürs All? Ja, genau dieselbe Ausbildung, die ich dir jetzt gebe. Cool. Ja. Dad, warum ist es unter Wasser so dreckig? Ah, ähm. Ja, ich fürchte, das war ein Bären und Bären. Unmöglich. Ich werfe nie etwas ins Wasser. Naja, also, ich meine, viele andere Menschen aber schon. Sehr bedauerlich. Ich mach sauber. Damit das Wasser wieder schön ist. Naja, dafür kommen wir so 50 bis 30 Jahre zu spät, fürchte ich. Okay, wir sind fast da. Guck mal. Willst du uns allen? Hast du es nicht auch gehört? Doch. Ich bin im Cockpit und suche nach dem Problem. Kommst du her? Klar. Das Meer ist ja schon an vielen Stellen massiv verschmutzt. Vor allem Plastik ist ein großes Problem. Wir wollen sehen, warum das ACA die Trümmer nicht gesehen hat. Ich muss mir den Schaden erst mal sehen. Alles einschätzen. Erstattet dann Bericht. Verstanden. Hat es die Düsen erwischt? Wahrscheinlich. Checkst du die Diagnose? Ich mach mich bereit. Warte, warte. Lass mich mal. Sieh mal. Ich brauche da draußen praktische Erfahrung. Von allen möglichen Einsätzen ist dieser doch recht sicher, oder? Also, ich könnte ja mal ganz beiläufig einfach alle meine Bewertungen im Außeneinsatz aufzählen. Nein, das passt schon. Ich denke... Es waren 94. Bei mir 95. Na siehste, du kannst viel besser mit Zahlen. Behalte die Diagnose im Blick. Gut. Sei aber sehr vorsichtig. Wir sind noch im Orbit. Achte auf Trümmer. Verstanden. Geh zur Luftschleuse. Ich leite dich an. Wenn du ins Driften kommst, korrigiere mit den Schubdüsen und überprüfe schnell den Riegel deiner Düsensteuerung. Und wenn... Habe ich schon Claire. Passt alles. Du hast sie aber nicht richtig überprüft. Claire? Keine Sorge. Okay. Verlasse die Schleuse. Ach, da muss ich manuell drücken. Uh. Wow. Ja. Wo kommt das denn alles her? Satelliten. Trümmer von der Mission. Sogar Teile von Sarahs Station. Der Pearson-Raumstation? Als Rolf den Vorfall auf der Mondmission überlebt hat? Mhm. Ach. Ähm. Welch Ehre. Komisch, sich deswegen geirrt zu fühlen. Aber zum Wichtigen, was siehst du? Haben die Schubdüsen was abbekommen? Ihr seht, dass das Schiff potthässlich ist. Oh. In der Schubdüse steckt ein großes Trümmer-Teil. Vielleicht von der Raumstation? Okay. Ist die Hülle am Fuß der Schubdüse beschädigt? Sah schon besser aus. Hält aber noch. Gut. Was ist mit den Rohren um die Düse? Ziemlich verbogen. Okay. Die müssen weg, wenn die Düse halbwegs normal arbeiten soll. Hat die Düse noch Strom? Hat sie. Schalte die Stromzufuhr ab, bevor du etwas anfasst. Da ist ein großer Knopf. Drück ihn einfach und dann los. Okay. Und achte auf die Brennstoffkanister. Wenn du einen davon erwischst, fass einfach auf. Wie sehen die aus? Die großen gelben. Siehst du? Ich sehe sie. Hey, keine Sorge, ich passe auf. Wie ein Luchs. Wie ein Luchs. Okay. Schalt den Strom ab und entferne die Trümmer. Jetzt ohne Scheiß. Hey, erinnerst du dich an die versunkene Station in der Bucht hinterm Haus? Ja. Warum? Ich musste nur eben dran denken. Hat er dich früher mit zum Spucken genommen? Hat er. Aber ich war schon älter. Wie meinst du das? Ich... Vergiss es. Sag mal, warte zu Hause. Jemand auf dich? W... Bitte was? Oder sogar auf dem Schiff. Was? Will? Oder Sarah, mir gleich. Natürlich nicht. Immerhin sind sie verheiratet. Man kann trotzdem Gefühle für jemanden haben. Ich weiß ja nicht bei allem, was gerade vor sich geht. Reden wir eigentlich nie über sowas. Denkst du nie an Liebe oder so? Du denn? Du schäme. Bin schon still. Ich habe dich. Seht das? Nein. Ich werde davon abgesehen, dass wir uns so ein Trummer trifft, wir wahrscheinlich massiv vom Kurs abkommen würden. Weil wir erstmal unkontrolliert rotieren wie ein Bekloppter. Ich würde auch gerne auf so ein Kanister zielen, aber ich weiß nicht, wo das Spiel speichert. Und jetzt habe ich schon angefangen, alles zu schneiden. Andere Seite. Ich mag dieses dumpe Geräusch im Weltall. Das ist mein ASMR. Wie scannen. Oh, Trummer der Pearson-Raumstation. Eine große Explosion auf der Stunde hat Rolf herausgeschaltet und ihn auf der Mission Fortuna fast getötet. Am Ende musste er sein Leben geben, um uns vor dem Blackout zu retten. Ein sehr großes Opfer. Das ist mein Leben. Danke, Rolf. Du, 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 du. Oh ne, ich kann den Cutter nicht mehr einsetzen. Hallo? Das Fenster existiert sogar wirklich. Ach, das mit der Schubdüte kann man bestimmt kompensieren. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass man in der Erde verglühen kann. Ich glaube, dass mein Sauerstoff gleich alle ist. Okay, ich fleische den Druck aus. Auf geht's. Erlaubnis erteilt zum Verlassen der Schleuse, Moonbeer. Hier wurden wirklich noch Li 900er verbaut. Das Ding ist wirklich uralt. Oh, jedenfalls wirst du das Leben auf dem Mond lieben, Schatz. Wirklich? Auf jeden Fall. Man kann jederzeit in der geringen Schwerkraft spielen und es gibt keine Schule. Cool. Also, du bekommst natürlich auch dort eine Art Unterricht. Warte, diese Einheit hatte noch Drucktüren. Wie alt ist sie denn? Das sind Rückblenden, was hier passiert. Damit man vielleicht besser versteht, warum der Vater so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Wie alt ist sie denn? Ich fühle, das ist sie denn. Ich fühle mich aus. Und da ist eine Leiche drin? Oder auch nicht? So, als wärst du Astronaut. Ähm, Dad? Dad? Was ist los? Wo bist du? Ich weiß nicht, Hilfe! Wo bist du? Mondbeer, wo bist du? Dad, bitte hilf mir! Kathy, warte! Ich hab Angst! Ich bin da, Mondbeer. Ich werde dich da rausholen. Dad! Kathy! 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 Ich brauche diese wohlige Wärme von Zeit zu Zeit. Claire würde es gar nicht gefallen, dass ich Mondbeer mitgebracht habe, weil er sie wohl an die Person erinnert, von der ich ihn habe. Ich verwahre ihn besser sicher in meinem Spind auf. Als wenn irgendwas rumfliegen würde im Weltraum. Die Leute müssen das Zeug eigentlich alles sichern, weil sonst fliegt das nämlich gegen die Birne, wenn ihr nicht aufpasst. Es sind so ein paar Sachen, da kann ich die Darstellung hier nicht gut heißen. Was jetzt? Schwier, dasselbe Problem mit der selben Düse. Sehr, Claire. Eine kaputte Düse bringt uns vom Kurs ab. Ich zieh mich um. Ich mach das. Hab keinen Topo mehr. Nein, viel zu gefährlich. Claire, wir müssen uns beeilen. Ich gehe. Bitte sei vorsichtig. Ich begleite dich aus dem Cockpit. Verstanden. Ich glaube nicht, dass wir die Düse retten können. Sie ist schwer beschädigt. Sag die Diagnose auch. Du musst sie rausschneiden. Bist du sicher? In diesem Zustand ist sie eine Gefahr für das Schiff. Verstanden. Schalte erst den Strom ab. Ne, das geht von hier aus nicht. Okay. Du musst das Stromkabel der Düse durchtrennen. Siehst du sofort. Geschafft. Strom ist aus. Jetzt kommt das Komplizierte. Du musst die Düse entfernen. Langsam. Vorsichtig. Verstanden. Ich darf halt nichts in die Luft sprengen. Von den Tanks und sowas. Verstanden. Die anderen beiden schlafen, ich bin wahrscheinlich nur aufgewacht für die Kontrolle. Ach du Scheiße, habe ich mich erschreckt? Was? Wieso? Wieso? Kat? Sag etwas. Kat? Wer? Mein Visier? Was ist los? Mein Visier ist gesprungen. Luft tritt aus. Komm sofort zurück. Schnell zur Schleusen! Komm schon, komm schon! Die Schleuse ist offen! Jetzt komm hier rüber! Kat? Komm hier rüber! Der Wald wirkt jetzt dichter im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Das ist leider unmöglich. Deshalb hab ich wirkt gesagt. Und er ist trotzdem schön. Er war sogar noch schöner. Und eines Tages kann er wieder so schön werden. Vielleicht. Vielleicht. Alles okay? Ich war nur lange nicht hier. Das ist alles. Bist du traurig? Nein, nein, alles okay. Schön, dass wir Zeit miteinander verbringen können, bevor du gehst. Mädels, wir sind fast da. Gehen wir weiter. Komm schon. Weiter. Warum sieht meine Mutter so hässlich aus? Aber ich glaub, Mutter ist eine von den japanischen Sexrobotern. Dad, erzählst du zu Ende? Ach ja, also, wo war ich? Ach ja, also, wo war ich? Ja, genau. Okay, also, Mom hat eine Freundin auf einer Verbindungsparty besucht. Was ist denn das? Ähm, das ist wie eine Geburtstagsparty. Nur ohne Geschenke und mit Alkohol. Das klingt dämlich. Das stimmt. Bin auch nie gern hingegangen. Aber es war gut, dass ich bei dieser war. Ich habe deine Mom nur angestarrt. Dann kam sie zu mir rüber und fragte, warum ich nicht tanze. Und warum nicht? Du weißt ja, wie das aussieht. Ich habe ihr gesagt, dass ich und Tanzen einfach nicht zusammenpassen. Und ich hatte recht. Was ist passiert? Ich habe ihr Glas aus der Hand geschlagen, weil ich wild herumgefuchtelt habe. Dabei ist ein Splitter an ihrem Bein gelandet. Dann war überall Blut. Und dann mussten wir schnell in die Notaufnahme. Alter. Großer Gott. Wo kam das Motion Capturing her? Bis zu unserer Hauptzeit habe ich dann nicht mehr getestet. Haben die das mit Besen nachgestellt? Aber warum hat Mami sich dann in dich verliebt? Das weiß ich beim besten Willen nicht, Liebling. Strohpuppe traurig. Ich habe mein Bestes gegeben für Motion Capturing. Das wird schon keinem auffallen, wenn man den Eltern hinterherläuft. Cool, oder? Wer war das? Dad. Schön, dass das noch hier ist. Claire und ich sind hier immer geklettert. Warum durfte ich nicht? Du warst noch etwas zu jung. Bist du noch? Okay, Mondbär. Hol deine Ausrüstung. Das ist übrigens nicht die, äh, die Stock Engine. Das ist die OT Engine. Aber leider sind die Animationen halt nicht so pralle an manchen Szenen. Oh ja. Und die Gesichter sind halt auch so eine Sache. Mission beginnt. Prüft Systeme. Also das ist ja kein Triple-A-Titore oder so, aber... Aber der Dad und das Kind haben das einzige, sag ich mal, ein Gesicht bekommen. Alle anderen Charaktere... Ähm... Nun, es ist so. Sehen aus wie Neben-NPCs. Wenn angenommen man flug zum Mond, müssen wir eine Notlandung machen und aus der Rakete rausklettern. Dann schaffst du's und findest wieder heim. Kann da etwa was schief gehen? Nein, nein, nein. Die sind sehr sicher gebaut. Ist doch wahr. Stimmt's, Claire? Claire überlegt, wie ihr ein richtiges Mädchen werden kann. Also die Tochter hat als Erwachsene und als Claire Kind, hat die auf jeden Fall mehr Details als die anderen Charaktere. Hau jeden Eispickel so hart rein, wie du kannst. Einen nach dem anderen. Genau so, Mondwehr. So geht das. Ein Kletterer-Roboter. Geschafft! Klasse, Mondbär! Wir fliegen zum Mond! Bist du aufgeregt? Juhu! Okay. Vorsichtig runterklettern, okay, Mondbär? Okay. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Steuerung echt nicht so geil ist. Irre, das verstehst du, oder? Sag mir, dass du das verstehst. Ich finde das nicht irre. Sie ist nur ein Kind. Der Mond ist kein Ort für sie. Und dieses körperliche Training, das sie durchläuft, klingeln da keine Alarmgarten weg. Komm schon, der Mond ist völlig sicher. Sicher, Metallkisten auf der Oberfläche und einer hochdünnen Atmosphäre. Und das ist sicher. Gerade du solltest wissen, wie sicher diese Kisten sind. Ich sage es anders. Wie kannst du das Risiko eingehen, Kathy auf den Mond zu schicken? Sie könnte doch auf der Erde bleiben. Du weißt doch, was mit unserem Planeten geschieht. Schon vergessen? Wir haben dieselben WMO-Berichte gelesen, Nachrichten geschaut und... Du weißt, was passiert ist. Bitte, komm, komm mit uns. Nein, wag es. Komm schon, Claire. Die Dinger vom Boston Dynamics bewegen sich runter. Für das alles? Ich hasse dich. Das wird jetzt echt hart. Komm, tun wir die Ausrüstung weg. Warum will Claire nicht mit uns kommen? Sie will? Keine Sorge. Sie kommt schon mit. Dann sind wir zusammen? Ja. Lass uns heimgehen. Die Story ist ja auch okay, wir sind jetzt. Du musst dich von deiner Prüfung morgen ausruhen. Hm, Papa, wann bin ich ein richtiger Junge? Siehst du mir beim Schlafen zu? Ja. Das ist creepy. Ja, Claire ist die Schwester, Entschuldigung. Das war der Junge Claire. Also, Junge Claire hat kein Gesicht. Ist nur, ist nur zur Beruhigung, ich... Was erhoffst du dir denn auf den Mars, Cat? Gar nichts. Ich verstehe schon, was du denkst, glaube ich. Manchmal ist das, was wir wollen... Es ist sehr schwierig, das Richtige zu tun. Ich glaube, Isaac hat's immer gut gemeint. Isaac! Du meinst Dad. Dad hat es gut gemeint. Ich will nur, dass du verstehst, dass er nicht immer gut darin war, das Richtige... ...zu tun. Wenigstens versucht er, das Richtige zu tun. Ja, aber... Nur das ist von Bedeutung, oder? Er kümmerte sich um uns und konnte damals nichts tun. Ja, du hast recht. Dass ich ihn finden will, ist doch normal, nicht wahr? Ich muss sicher sein, dass... ...wenn wir dort sind... ...du das Richtige tun wirst. Claire? Kelly? Komm mal zu uns ins Cockpit. Zum Beispiel, die Szene hat ja einfach... ...ne gute Quali. Ist halt vollkommen in Ordnung. Und das mache ich auch. Okay? Ist natürlich nicht Triple-A-Style. Aber manchmal denkst du, da hat einer gepennt. Also diese Kinder... ...Szenerien und Abschnitte... ...denn, was sich vor uns befindet, das begeistert, schockiert und entzückt vielleicht. Was? Obwohl Outward die Bösen sind, haben sie etwas Erstaunliches gebaut. Okay. Du musst sie trotzdem nicht lobpreisen. Okay. Hm, da verpasst du mir einen Dämpfer, aber gut. Opera-Team, das ist die... ...Arche Labos. Und die Dame ist im Weltraum, weil es gibt relativ wenige Menschen, die ein Astronautentraining abgeschlossen haben. Habt ihr schon mal solche Solarplatten gesehen? Sieht so aus, als hätten sie Standard-PV-Platten mit einer Art CSP-Schicht verbunden. Bitte was? Es scheint, als ob diese Platten die Solarstrahlen optimal bündeln, bevor sie die Photovoltagen-Halbleiter treffen. Das erhöht die Effizienz, und zwar exponentiell. Wie kommt's, dass sie so fortgeschritten sind? Warum sieht sie verlassen aus? Sehen wir nach. Sarah, Ryan, Anzüge an und bereitstehen. Kathy, vorbereiten zum Andocken. Ich übernehme den Andock-Vorgang? Ja, du bleibst an Bord der Zephyr mit mir. Jetzt führ den Befehl aus. Gut, Ryan und Sarah, bereit fürs Boarding? Überwacht bitte dieses Terminal. Okay. Kathy, CMG und Pitt sind für manuelle Steuerung freigegeben. Bin dran. Wegpunkte 0 und 2 sind berechnet und definiert. Abbrechen von Wegpunkt 2 nicht automatisch. Letzt-a-go-no-go-Abfrage an Wegpunkt 2. Kathy, los. Soysel-AIT-AIT Atlanght. Wegpunkt 1 erreicht. Beginne Manöver zu Wegpunkt 2. Verstanden. Letzter Wegpunkt. Beginne Vorbereitungsphase. Letzte Überprüfung. Bereit. 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 Verstanden. Cassie, du schaffst das. Genauso vorsichtig wie bei der Düse bitte. Ich finde aber, dass sie so ein paar Elemente halt auch ganz cool umgesetzt haben. Es ist halt so ein Auf und Ab der Gefühle wirklich für mich. Das war's. 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 Richtig, verarscht. Kein Labyrinth. Ich wollte nur, dass du rüberkommst. Verstanden! Hey, meine hübsche! Beep, beep, pop, pop. Ist das auf dem ganzen Schiff so ruhig? Soweit ich weiß, ja. Und jetzt ein Alien aus der Ecke. Das muss ich mir notieren. Kolonistuniform von Outward. Alle Kolonisten trugen die gleiche Kleidung, halt irgendwas Sektenhaftes. Andererseits sorgt es aber auch für eine gewisse Gleichheit, für einen Zusammenhalt, was irgendwie Sinn ergibt. Was willst du auf einer Mission sonst tragen? Poloshirt? Zylinder kommt gut wahrscheinlich auf eine Weltraummission. Alle nackt. Wow, Ella, siehst du das? Kryo-Körpern. Was ist an einem Ort? Ein Hologramm. Hier. Woher hast du diese Daten überhaupt? Hast du Geheimnisse vor mir, Ella? Schauen wir uns das mal an. Ach so. Es gibt einen richtigen Blickwinkel. Und jetzt habe ich schon einen Plasma-Cutter. Ich wunte dich, dass sie das auch nicht aufgerissen kann. So. So. Woher hast du den Kleidung aus? Ja. Ich warte, siehst du das auch nicht aufgerissen. Ich warte mal an. Ich warte lieber mal an. Du. Ich warte gerne. Imet ja. Was ist das? Ihr müsst mir echt nicht alle dabei helfen. So alt bin ich nicht. Warte, Rosa, ihr könnt mich loslassen. Ich werde schon nichts tun. Entschuldigung, Anweisung von Direktor MacArthur. Outward Yard, willkommen zum Neuanfang. Wir sind wahrer Größe, so nah. Wir sind das Ergebnis von 1000 Jahren technologischem Fortschritt. Die Erde war einmal. Sie wird sich nicht von durch uns zugefügten Schaden erholen. Doch jetzt haben wir die Chance, die Geschichte zu korrigieren. Eine Zukunft ohne Konflikt, ohne Spaltern, unberührt von Schwäche und Zweifel. Wir haben Wissen und Kraft, um eine nachhaltige Utopie zu erschaffen. Ein Ort für euch, all eure Kinder und Enkel. Mit meinem Fünfjahresplan schaffen wir eine beständige Basis für Outward. Gemeinsam. Und Arche Vita? Brauchen wir dafür nicht alle drei Archen? Den Verlust der Arche Vita werden wir verkraften, wenn wir hart arbeiten, um sie zu ersetzen. Doch nur gemeinsam können wir Erfolg haben. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, scheitern wir. Wenn wir einander bekämpfen, werden wir scheitern. Bei diesem epischen Unterfangen sind wir nur so stark wie das schwächste Glied. Also, Menschen von Outward, wir stehen an der Schwelle. Gemeinsam können wir etwas Besseres schaffen. Sammelt eure Sachen und macht euch für die Landung der Arche Habitats auf dem Mars bereit. Aufbruch in zwei Stunden. War die Aktion wirklich nötig? Was wolltest du durch das Umlenken des Schiffs erreichen? Rosa, ich will dich nicht zur Mitarbeit zwingen, aber... Sag das deinen Leuten, die mich eskortieren. Es... Tut mir wirklich leid. Aber wir brauchen dich. Outward braucht dich. Deine medizinischen Kenntnisse sind unabdingbar. Das Leben aller hängt davon ab. Ich gebe mein Bestes. Danke. Ich mache das nicht für dich, William. Rosa und die anderen. Ayla, wenn sie es an die Oberfläche geschafft haben, sind sie vielleicht bei Dad. Ich glaube nicht, dass davon irgendjemand lebt. Ich mache dir mein Astro-Tool ein. Also streich das aus deinen Backups, okay? Den anderen sagen wir später Bescheid. Erst suchen wir Dad. Sollte ich wohl aufschreiben. Potenzial. Diese Technologie ist viel weiter fortgeschritten als unsere. Die Leute in Outward waren wirklich das Beste, was sie alle zu bieten hatten. Leute. Der Solarenergie-Transformer der Arche. Diese Paneele haben 90%ige Effizienz. Was? Die Besten, die wir in den letzten 20 Jahren gebaut haben, kommen nicht mal auf 40. Sarah, kannst du Daten zum Netzwerk finden? Die können wir als Beweis mitnehmen. Mit dran. Wenn das stimmt, hat Ryan den fortschrittlichsten Energiewandler der Entscheidgeschichte gefolgt. Warum funktioniert er da nicht? Da ist es ja. Er funktioniert. Aber sie haben ihn ausgeschaltet. Komisch. War ein bisschen irritierend. Ich sollte mich nicht in den Raum. Ich sollte mich nicht in den Raum. Ich glaube nicht, dass das ein Fitnessraum war. Es war, glaube ich, ein Ankleidungsraum. Für nach dem Kälteschlaf. Die Tür zur Brücke ist verschlossen. Ein Streampunkt sollte sie öffnen. Verstand. Gebt uns Updates. Puh. Das waren Laufbänder und hydraulische Kraftstationen. Okay, das wird dann wahrscheinlich so sein, dass die erstmal, deshalb hat das Kind ja auch nicht laufen können nach dem Kälteschlaf, dass sie erstmal ihre Konditionierung wieder aufbauen, bevor die auf Missionen gehen auf dem Planeten. Guck mal, die haben sich auch ins Sichtfenster geleistet. Die hatten noch richtig Kohle damals. Das war mir vorhin schon draußen aufgefallen. Aber ich weiß nicht, was ich besser finde. Eigentlich bin ich aus der Ich-Perspektive sogar einen Tick besser. Da muss ich mir nämlich die Körperanimationen angucken. Wow. Claire, ich bin auf der Brücke und hier liegen überall Trümmer herum. Klingt fast glücklich. Um ehrlich zu sein, ist das Chaos ziemlich... schön. Jetzt tu nicht so cool. Kannst du die Ursache erkennen? Ich seh mich mal um. Ich bin auf der Brücke. Hier sind die Notfalltüren aktiviert worden. Dann wurde dahinter die Hölle beeinträchtigt. Also ist das Schiff verlassen, weil die Besatzung ins All gesaugt wurde? Klingt plausibel. Vielleicht war es doch ein Unfall. Hinter diesen geschlossenen Türen liegt die Antwort. Die wir nicht erreichen können. Nein, wohl nicht. Status des Brücken Haupt Terminals. Ihr seid so banan. Wolltet euch jetzt wissen, welches das Brücken Haupt Terminal ist? Ich muss die MPT-Wandler reparieren, bevor das Schiff wieder Energie hat. Das zeigt auch die Analyse. Die MPT-Schüssel bekommt keine Energie von den Batterien. Das Betriebssystem des Schiffs ist wirklich gut geschützt. Aber ich glaube, so öffne ich eine Tür hinter dir. Und zwar... Jetzt. Katrin, die Energiezufuhr der Arche hat Priorität. Bin dabei. Ich wollte jetzt auch nicht hier Mühlen-Burite machen in der Archen-Mikrowelle oder so. Erstmal gucken, ob die Popcorn dabei hatten. Wir können die Verbindung zur MPT manuell wiederherstellen. Aber ganz einfach wird das nicht. Ein Knopfdruck reinvollziehen? Was? Das Design ist fast schon bewusst schwerig, als ob man zwei Menschen hier oben zum Überwachen und einen unten zum Starten braucht. Ausfallsicherung? Katrin, du musst sie in bestimmter Reihenfolge verbinden. Nein, welchen Sicherheitsspielraum haben wir hier? Von Sicherheit kann hier keine Rede sein. Sind wir uns da einig? Unser Ziel ist, das Labos zum Aufzug zu kriegen. Wir haben keine andere Wahl. Katrin, sei bitte äußerst vorsichtig. Bin ich. Achtung an alle. Sind wir bereit oder nicht? Bereit? Bereit. Bereit. Okay. Katrin, viel Glück. Das ist Kudas. Das ist Kudas. Das war ein Chaos. Der Riss hat einiges durcheinander gebracht. Das ist Kudas. Das ist Kudas. Wie durch ein kleines Minenfeld. Mach das gut, Cat. Weiter. Also. Das ist der Vierer, also möchte ich den kommen. Moment, von da oben bin ich ja gekommen. Äh, hat es den Tunnel gesehen mit der Drohne? Dann war ich ein bisschen blind beim Rumfliegen. Ah, da, der Tunnel, den meint er. Ja. Da, der Tunnel. Was, wenn ich mich vertue, dann fliegen wir alle in die Luft. Cool. Nee, ich teste keine Explosionen. Mal ganz kurz gucken. Dann ist hier die 6, die 8. Alles klar. Ich wollte nur mal aus dem Fenster gucken. Jetzt aktivieren wir den allerletzten. Ich kann bis 18. Ich glaube, das war's. Ich denke nicht, dass irgendwas explodieren würde, wenn wir das anders anbringen. Ich glaube, dass die erste Explosion wirklich planmäßig war. Wo ich das Triebwerk nicht durch meine Schuld zerstört habe, sondern es ist einfach so passiert. Weil Story relevant war. Richtig. Richtig. Wenn was schief geht, das gehört immer zur Story. Aber jetzt mache ich einen Energiestrahl auf eine Bodenstation, oder? Ist das überhaupt schlau, das einfach mal so just for funny zu machen? Richtig. 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 Klappen. Klappen. Operateam. Zurück zu Saffer 3. Wir suchen nach den anderen Arschen. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Unendliche Weiten. Eintrittsführung erfolgreich neu optimiert. Vorbereitung Landung. T-2 Minuten bis Reisestufentrennung. Alle verstanden? Verstanden. Verstanden. Tut mir leid, wenn ich übertrieben besorgt tue. Ich bin ja nicht Marm. Was ich meine ist... Jetzt bist du ja groß. Und ich vertraue dir. Danke. Kommandantin. So, und jetzt geht's, Operateam. Wenn die Bremszündung nicht klappen sollte, wissen wir, was zu tun ist. Starte Zündung. Ausfall bei der Drei-Achsen-Stabilisierung. Geringe Geschwindigkeitsänderung. Die Schubkraft-Effizienz ist gleich null. Ausgleich nicht möglich. Und die tertiären Schubtüsen? Weg. Impulsabbau ist fehlgeschlagen. Massenauswurf bringt nichts. Wir verlieren die Kontrolle. Verstanden. Operateam, alle von Bord. Ryan, Sarah, Laderaum, Fluchtkapseln. Kathy und ich probieren noch ein Manöver. Kathy, hörst du mich? Kathy? Verstanden. Du schaffst das. Das Schiff stabil halten, bis wir zum Landen bereit sind. Führe eine Diagnose der Lagerregler aus. Das ist die beste Chance. Verstanden. Aufwärtsauspiel. Aufwärtsauspiel. Kaff. Kaff. Katzen. Äh... Äh... Nicht rausgucken, alles cool. Ups. Wir haben ja Zeit. Oh, oh, ich hab um einen. Mich verschätzt. Zurück. Klappe. Sarah, Ryan, bericht. Ausrüstung gesichert, aber wir müssen die ASI abdoppeln. Das kann ich von hier machen. Die ASI genüßt. Verstanden. Gehe zu den Fluchtkapseln. Wehe, wenn ihr nicht hinter uns seid. Verstanden. Kathy, zu den Fluchtkapseln. Ich initiiere die Autostraße-Sequenz. Nein, Claire, lass dich nicht zurück. Yeah, Kathy. Ich bin direkt hinter dir. Stimmt. Ausrüstung gesichert. ASI ist gespeichert. Claire, komm endlich rüber. Verstanden. Aktivieren. Autostart. Autostart für Fluchtkapseln eins und zwei wurde initiiert. Kapseln sofort betrieben. Automatischer Verschluss von Kapsel eins steht bevor. Warnung. Automatischer Verschluss von Kapsel zwei steht bevor. Claire, los mach. Claire. Claire, los mach. Ich komme hin. vieleờ. Sie stehen vor. Anne. Claire. 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 Claire, 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 was machst du noch da, Claire, komm schon, was machst du noch da, Claire, komm schon, komm in die Gegner, du schaffst es doch, Claire, komm schon, bitte. Claire, 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 was machst du, Claire, komm in die Gegner, du schaffst es, bitte verlass mich nicht, bitte, bitte verlass mich nicht, bitte, bitte, verlass mich nicht, Claire, verlass mich nicht, du schaffst es doch noch, nein, Claire, Claire, Claire. ruimte 6.000m bis zur Oberfläche, Kapsel überschreitet optimale Geschwindigkeit. Klappt gut mit dem Stabilisieren. 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 Bisschen Boden flickering. Klappt gut mit dem Stabilisieren. Klappt gut mit dem Stabilisieren. Klappt gut mit dem Stabilisieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott sei Dank. Ein bisschen fallen ist in Ordnung anscheinend. Oh Gott sei Dank. 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 Nach einem Jahrhundertlangen Schlummer wird der Astronaut von niemand geringerem als dem Begünstigten persönlich geweckt. Diese Marsmenschen, die über Generationen auf dem Mars lebten, nehmen dem Astronauten auf und laden ihn ein in die geheime Marsstadt Utara. Ja, einsammeln ist aber zurücklegen, da ist nur, dass das archiviert wird. Das ist dann hier in der Liste drin. Das sind halt so ein paar Sachen, die kannst du finden. Jo, mehr, hast du davon noch mehr? MacArthur hat gerade herausgefunden, dass Isaac unterwegs eine ASE verloren hat. Hier gibt es allerdings eine Menge ASEs. Dieser hier ist anders. Warum? Ich sage es dir, aber versprich mir, dass das zwischen uns bleibt verstanden. Du kennst mich. Seit wir zum Mars aufgebaut sind, sind alle holographischen Daten unserer ASE verschlüsselt und nur die ASE des Lunar Reds können das Bildmaterial einsehen. Isaac's ASE ist offensichtlich nicht hier. Woher weißt du das alles? Ihr habt den Code geschrieben, wirklich? Ich vergesse immer, wie cool du bist. Haha. Sollte ich wohl aufschreiben. Diese schwingende Plattform. Vielleicht kann ich mich hochziehen. Bitte. Musik Also trotz aller Also das einzige, wo das Spiel übrigens durchgehend einen guten Dienst macht, ist wirklich die Soundkulisse Ich kann es nicht glauben, Isaac In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht erwartet, solche Zahlen zu sehen Mit jedem Projekt, das du in Angriff nimmst machst du deinem Ruf alle Ehre Unser Traum beginnt sich zu erfüllen, mein Freund Hier seid ihr Rosa, komm zu uns Wir haben Grund zu feiern Isaacs Erzbrecher funktioniert um einiges besser als erwartet Es gab wieder mehr Einweisungen 62% letzten Monat Wir müssen den Flügel erweitern und mehr medizinisches Personal Das haben wir doch schon besprochen, es handelt sich nur um eine Phase Ich glaube nicht, die Leute sind überarbeitet und verausgaben sich zu schnell Immer mehr zeigen Symptome von Beklemmung und PTBS In Anbetracht der zukünftigen Meilensteine werden diese Zahlen nur noch weiter steigen Isaacs Wohnraumbau hat gerade erst angefangen Wir können niemanden entbehren Lass sie mich rehabilitieren Gib mir mehr Platz und Personal Damit ich dann... Wir können es uns nicht leisten, Leute zur Erholung von den Bodencrues abzuziehen Nicht, um sie zu unterstützen Das würde alles nur hinaus zögern Das sind deine Leute, William Sie folgen dir Blicken zu dir auf Die Antwort ist nein Dann sehen wir uns heute Abend zur Wochenbesprechung Rosa, treffen wir uns im Meditakt Vielleicht kann ich dir helfen Die Antwort ist nein Genau verkehrt rum Gestern Abend war echt witzig Ich hatte nie gedacht, dass ein Herr der Fliegenmusical in meinem Leben gefehlt hat Ja, das war außergewöhnlich Das Duett zwischen Simon und dem Schweinekopf Auf ewig in meinen Gedanken Schön, dass du gekommen bist Das finde ich auch, aber hey Wir haben ja sowieso nichts besseres zu tun Haa, wie konnte jedes einzelne Medienlaufwerk auf dem Weg hier runter durchbrennen? Nicht jedes Julia hat sogar noch mehrere Oh was? Sag ihr, dass ich diese Woche zwei ihrer Schichten übernehme, wenn ich sie ausleihen kann Mit zwei Schichten wird es wohl nicht getan sein Okay, ich biete fünf Willst du was zusammenschauen? Wenn sie ja sagt Äh, wenn sie ja sagt Ich habe ein großes Hochbett mit viel Platz Da können wir gucken, klar Das muss ich mir notieren Ich bin nicht sicher, ob man in dem Ach doch, ich bin ja schnell gestorben im Spiel Ich wollte gerade sagen Ich bin nicht sicher, ob man in dem Spiel sterben kann Ich glaube, so viele tödliche Gefahren wird es nicht geben Das Palette ist P21 transportbereit Das scheinen vorgefertigte Platten für den Gebäudebau zu sein Eine Technik und Produktivität wie diese konnten wir auf der Erde nie erreichen Wie konnte eine so kleine Gruppe von Leuten so viel in so kurzer Zeit erreichen? Du beschwerst dich doch immer, dass es nicht genug Wasser für eine richtige Dusche gibt, oder? Und das recycelte Wasser hier hat schon jeden Kolonisten durchlaufen Klasse Sag es niemandem Ich habe gerade einen Krater voller Eis gefunden Keine Ahnung, wie tief es geht Aber auf den ersten Blick sieht es gut aus Wir könnten also unser Lager hier aufschlagen Wenn nur wirst du wieder stundenlang unter der Dusche stehen können Du machst mich zum glücklichsten Mann der Galaxie Hm Ich bekomme ein bisschen Armprobleme, nur durch Seiten der Triggers. Das sind Fingerprobleme. Ist das der AP für den Streamturm, Aayla? Okay, fahren wir ihn hoch. Okay. 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 vielleicht nicht so schwierig wird. Es geht einfach nur um die Geschichte. Lachte er und später kamen dann richtig dämliche Stellen. Was werden wir dann sehen? Wobei, das ist ein storybasiertes Spiel. Ich denke mal nicht, dass das extrem lang geht. Außer man sucht alle Secrets oder alle Sammelgegenstände. Ich glaube, dann kann es ein bisschen länger dauern. Oh nein, 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 Mein Gott, das Tor ist offen, wurde gesagt. Okay, wir müssen springen, Ayla. Jetzt komme ich nicht mehr runter, also falls das Tor vom Lager offen war. Ich weiß nicht, ob wir da wichtige Geschichte verpassten, aber es könnte sein, dass wir da irgendeinen Sammelgegenstand verpasst hätten. Was soll schon passieren? Danke, Marliado, für deinen Prime Sub. Ich wollte gerade sagen, dass mein Charakter hier so fett ist. Oh Gott, dann war ich noch nicht so weit, Oli. Ich weiß nicht, ob wir da sind. Ich weiß nicht, ob wir da sind. Wäre ich mal noch ein Kind, dann könnte ich wieder einen Roboter hängen und einfach mit dem mitfliegen. Wenn Lukas überprüft, glaube ich, mich immer noch in den Roboter reinschalten kann. Genau mein Pfeil ist etwas, was meinen Kopf abschlagen kann. Ja, aber Dead Space waren die ein bisschen gefährlicher. Das war's für mich. Beyond Earth. Hella, funktioniert der Rover? Okay, gut. Muss, weil unser Sauerstoff gleich vorbei ist. Beziehungsweise alle. Wenn der Rover gleich nicht rumfällt wie in Mass Effect 1, dann bin ich enttäuscht. Guck mal, hinten ist die Drohne wie R2DZO eingebaut im X-Wing. Guck mal, hinten ist die Drohne wie R2DZO eingebaut im X-Wing. Beep, beep, boop, boop. Aayla, ist alles okay bei dir? Ja. Okay. Aayla. 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 Er hat ja noch Psychoträume. Und ich sagte, Aber nicht nur, er hat auch Aliens gefahren. Wir sitzen hier eine Weile fest, setz dich und lass mich dir von Aliens erzählen. Ist er. Das stimmt. Kathy? Schatz, alles okay? Wait, wait. Was ist? Ich vermesse. Isaac, das Team besteht nicht nur aus dir. Ich, ich verstehe, warum du es alleine machen willst. Das tue ich nur. Manchmal wünschte ich mir, dass sie... ...verstehe. Nein, wirklich. Ich... Mom war so stark. Aber immer wenn Dad ging, brach es ihr das Herz. Es tut mir leid. Aber es schlingt so viel auf dem Schuh. Ich muss laut sein. Es muss richtig gemacht werden. Ich weiß. Ich... ...bin stolz auf dich. Verlässt uns Dad wieder? Ja. Länge. Für ein wichtiges Projekt, wie die MPT-Schüsse. Oh. Er kommt schon wieder. Was tut er immer? Keine Sorge. Aber diese Phrase, natürlich kommt man immer wieder, bis man halt nicht mehr mal wiederkommt. Warte! Bitte! Geh nicht! Liz! Liz! Wo bist du? Liz! Kannst du dich hören? Oh nein, nicht das. Fertig ist hier! Ich will gehen. Liz! Das Film muss jetzt wirklich los. In Ordnung, dann geh. Okay. Ups. Na also, lass das hier beglaubigen. Gib's dann dem Richter, dann ist alles klar. Ja. Die Vormundschaft ist vorläufig. Klar. Ich komme zurück. Ich will auch nicht gehen. Dann bleib! Das muss ich aber. Das Projekt ist fast zu Ende, okay? Danach kann uns nichts mehr voneinander trennen. Versprochen. Ich versuche ja, das Beste für euch beide zu tun. Du bist die ganze Zeit weg und lässt uns hier allein. Du bist ja kein Kind mehr, Claire. Und du bist kein Vater mehr. Dafür bin ich jetzt Mutter. Nur vorläufig. Ich muss es tun. Ich komme ja wieder zurück. Doch, vertraue. Ich tue das für euch. Du musst los, wenn du pünktlicher Versenkopf sein willst. Wir sehen uns bald, Mondbär. Okay? Bleibst du bitte bei mir. Ich will dich nicht verlieren. Keine Sorge. Ich verlasse dich nie. Versprochen. Eins. Zwei. Eins. Bebop, Bebop. Jetzt kann man sich aufregen. Fahrzeug hinterlässt keine Reifenspuren. Was macht sie eigentlich wegen Essen und Trinken? Feldrationen in den Seitentaschen des Anzugs. Schön, es fährt sich wie ein Fahrzeug auf einer Eisfläche. Claire? Könnt ihr mich hören? Ja, Gott sei Dank. Ich höre euch. Claire, wie schön dich zu hören. Cassie, hat Claire... Hört sie nicht. Tut mir leid. Ich, äh... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bitte, lass uns nicht. Also ich, ähm... Lass uns zu den Archen gehen und die Mission fortführen. Bitte. Wir haben den Monolithen erreicht. Wo bist du? Ich konnte einen Rover bergen. Ich gehe jetzt zur Arche. Gut. Dann bis gleich. Und Kat, wenn du reden willst, ich bin da. Nein, ich. Bis später dann. Es gibt einen funktionierenden Aufzug, der dich zu uns bringt. Wir warten, bis du weiter gehst. Achte auf dich. Ich merke jetzt, dass ich ein Festes, der hat ein Tempomat. Ich bin da. 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 Jetzt bin ich in der Auge. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wir arbeiten. Ich glaube wir müssen ganz kurz mal hier in der Siedlung umgucken. Ich hätte es ja irgendwas zum scannen gegeben. Hast du gepiepst? Ah ne das war mein Sauerstoff. Willkommen Astronaut und wir möchten Kartoffeln anbieten. Kartoffeln. Habe ich selbst gezogen. Das ist nur die Reflexion von den Dreiecken. Hier muss ich den Rover eh schon stehen lassen. Also ich habe den Archen ja erstmal nur bis zum Mars geflogen und wollten eigentlich noch ein Stück weiter. Und haben hier als Ressourcen aufgefüllt. Das ist nur die Ressourcen. Aros Rover. Die hatten wir auch auf dem Mond. Bevor ich zu krank wurde hat Dad mich überall auf der Mondkolonie rumgefahren. Diese Rover werden aber wohl kaum noch zu reparieren sein. Ich bin auch in einer Einrichtung mit Luft vorbeigekommen. Wie ist das möglich? Keine Ahnung. Wo ist Sarah? Sie erholt sich ein wenig. Weiter unten. Da ist eine Tür, die du an den Streampunkt anschließen musst, okay? Das willst du jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber Claire war einer der tollsten Menschen, die ich kannte. Ich weiß, wie viel sie Sarah bedeutet hat und ich kann nicht... Tut mir so. Lass uns... weitergehen. Ich bin hier um meinen Job zu machen. Lichter zu verbinden. Warum ist das nicht super gefährlich, hier ohne Helm rumzurennen? Also es könnte ja sein, dass in irgendeinem Raum mal keine Luft ist. Alles okay? Wir hatten eine harte Landung. Ihre Verletzung ist aufgerissen. Alles gut. Ist es nicht? Ich sagte alles gut. Wir müssen Medizin finden. Kannst du den RP anschließen? Bin dran. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und so wird der Strom verteilt Zu wenig Ach so wär's dann Besser als die Summe ihrer Teile Ich muss kurz überlegen, ob ich's richtig verstanden habe von der Übersetzung Und so flowen die Summe Danke 10 an für den T1-Sum. Danke für deinen T1-Sum. Hast du so etwas schon mal gesehen? Das habe ich nicht. Das ist unglaublich. Ist es. Was? Was ist das? Was immer es auch ist, es ist wohl wichtig. Sie haben es einfach als Motor bezeichnet. Und es ist genau in der Mitte der Kommandobrücke. Scheint an zu sein. Meint ihr, da ist noch jemand? Finden wir es doch heraus. Was? Außer Betrieb. Ryan, sind das Stream-Punkte auf der Karte, mit denen wir ihn an den Notstrom anschließen können? Äh, ja. Das ist gut. Aber das hier ist nicht so gut. Der einzige Punkt ist wohl... ...ganz oben. Hm? Da ist eine Treppe, die ganz nach oben führt. Aber Sarah, schaffst du das denn auch? Ich denke, sie schafft's. Ich denke, Sarah ist die Nächste, die sterben wird. Die verblutet bestimmt. Okay, du musst es ruhig angehen. Nein, ich muss nur... Sieh mich an. Hier. Laut Karte ist da oben ein Meditrakt. Wir suchen dir dort ein Schmerzmittel und danach setzen wir diesen Aufzug da wieder in Betrieb. Okay? Kat, wie sieht es dort aus? Verlassen. Wir sollten uns lieber nicht aufteilen. Schlechte Idee. Wir haben keine Wahl. Okay. Ich bin auch schnell wieder zurück. Okay? Im Sadi? Okay. Übrigens totaler Schwachsinn mit der Treppe im Raumschiff. Das beruhigt mich jetzt nicht. Nein. Weil es so eine Platzverschwendung ist. Es würde nur Leitern geben. Sollten wir uns besser trennen? So könnte es schneller gehen. Hoffentlich. Ja. Klar. Weil selbst wenn das ein Archenschiff ist oder so... Hallo? Wer braucht denn eine Treppe mit Mitte Geländer und Aldo und Kram? Oder das, wo entweder Antikonvulsivum oder Analgetikum draufsteht. Du musst das nur wiederholen, sollte ich irgendwas finden. Ein paar Weltraum-Sachen machen die echt ordentlich, ey. Und dann hast du wieder sowas hier drin, wo du denkst... Sarah hat nicht gesagt, was passiert ist. What the fuck? Claire war eine ihrer engsten Freundinnen. Das sollst du wissen. Schon gut, Ryan. Sie war immer distanziert. Wir hatten diese speziellen... ...wie bescheuertige Regenerationentworfene Krygo-Cops denn auch auf dem Mond. ...wie bescheuertige Regenerationentworfene Krygo-Cops denn auch auf dem Mond. Sie hat erinnerungen geweckt, mit denen sie lange gekämpft hat und... ...kann ich ehrlich zu dir sein? Klar. Sie hat Angst, deinen Vater zu finden. Oh. Wirklich? Ja. Warum ist sie auf dieser Mission? Sie hätte doch auf der Erde bleiben können. Sarah sorgt sich. Sehr. Zu sehr manchmal. Sie daran zu hindern, die Welt retten zu wollen, ist... ...annähert unmöglich. Verstehe. Angststädter 2-7-1-Überscheidung-Schichtdauer von 10 Stunden mit 7 Stunden. Und er hat sich wahrscheinlich zur Mittagspause ausgelockt. Mai und Juri wurden auch ausgewählt, nicht wahr? Hoffentlich dürfen wir uns die Einheiten auch als erstes aussuchen. Hehe. Ja, diese Quasi-Pyjama-Party, die wir seit Jahren feiern, fällt dir langsam ihren Reiz. Wann geht es nochmal los? Freitag? Ja, ich glaube, Isaac will eine Rede über das Projekt halten und allen ihre Funktionen erklären. Äh, Funktionen erklären. Der Mann ist doch kein... Noch kein Jahr hier und hat schon so viel Fortschritt gebracht. Einfach Wahnsinn. Du trittst du wegen einem schrägen alten Ingenieur aus? Ich darf ihn doch bewundern. Und als ich noch am MIT war, hatte ich seinen... Seine ersten Aufsätze eventuell an meiner Wand hängen. Du Trottel. Lauf. Lauf. Deckenhöhe ist auch hier wie im Altbau. Ich will ja nicht den Täufer an die Wand meinen, aber kommst du bald heim? Wenn wir... Heim. Wenn wir diesen Abend... Äh... Abendessenstermin verpassen, kriegen wir keine neuen... Keinen neuen mehr. Einsturz bei Herrsche. Ziemlich übel. Wir haben Munir verloren. Megan ist auf der Intensiv und Pierre haben wir gerade stabilisiert. OP beginnt in 20 Minuten. Oh Mann. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Hoffentlich ist Munir besser dran. Ich bin so müde. Habibi, das ist doch verständlich. Du machst das schon 15 Stunden. Das ist Rosa 20. Stunde. Sogar Isaac ist hier und hilft. Woher kann? Ich weiß nicht, warum... Aber er scheint von der Situation sehr betroffen zu sein. Nach dieser Operation übernimmt die neue Schicht. Gut, wir sehen uns in ein paar Stunden. Ich hole dir was zu essen, wenn ich darf. Habibi? Haben Pierre verloren. Bin auf dem Weg. Ich mach ne Notiz davon. Verzögele deine Periode und bis zu 19 Tage. Ja. Du hast. Du hast. Du hast. diese Vorhänge sind so hart da leckt mich da hat jemand ein Bild von meinem Vater in seinem Spind Rosas Familienfoto ist das echt easy weil einer steht immer für Bewegung nach rechts Einheit für die Entfernung also rechts oder links und Einheit für hoch und runter beim Dissiprieren die ganzen schwangeren Frauen der Kolonie besser man reserviert ihnen die Betten anstatt real existierenden Leuten die wirklich Erholung benötigen aber ich habe sie nicht bei der Genesung ertappt oder wobei habe ich die ertappt Rosa Opposition dieser Ort stürzt ein William die Staubstürme tragen die Wände und Decken ab die Mutationen in Odom sprechen für sich wir sitzen auf einem Planetenfest auf dem wir nicht sein sollten das wird nicht funktionieren wir müssen zur Erde zurück diese Härtefälle sind der Preis für Evolution und Fortschritt wir werden es überstehen nach alledem was in den letzten Jahren passiert ist glaubst du wirklich immer noch dass es uns hier besser geht als auf der Erde die Sicherheit wird sich darum kümmern in einer Stunde ist alles wie immer danke für die Hilfe tut mir leid ich verstehe dich nicht Isaac du hörst doch auch die Stimmen in den Gängen wir haben Jahre hier reingesteckt und es funktioniert nichts nicht genug Platz nicht genug Nahrung nicht genug Fortschritt warum bleibst du einfach stumm? so einfach ist das nicht alle hier haben Opfer gebracht um herzukommen du hast deine Familie verlassen willst du sie nicht wiedersehen? Isaac warte es tut mir leid das auf 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 mein Hund ist aufgewacht schlecht Sollte mir das notieren Gefängnisterminal sie haben hier ein Befehlsgefängnis eingerichtet ausgerechnet in der Krankenstation die Leute wurden wegen allem Möglichen angesperrt Diebstahl von Essen Gewaltexzesse und den Kolonisten Sabotage Ich weiß ja dass du keine andere Wahl hattest als Lerender einzusperren aber er hat wirklich nichts Schlimmes getan ich mach die Regel nicht alter stimmt aber du musst auch verstehen dass das kompletter Blödsinn ist du bist Kodierer du stehst für MacArthur nur Wache weil du ein großer Kerl bist hast du mich gerade dick genannt? nein du bist nur an Masse kultivieren du bist nur an Masse kultivieren ich wette die Rationen reichen nicht wie soll man bei solchen Mini-Portionen Masse aufbauen? ich kann dir zwei Monatsrationen besorgen einer der Packer solle sie in deine Lieferung stecken lass Lerender gehen und es gehört dir Daniel komm schon Kumpel ich weiß dass du online bist Notiere ich ich denke mal irgendwo hier wird es Verteiler geben Ryan ich habe eine ganze Sektion gefunden die MacArthur in ein Gefängnis umgebaut hat oh Gott Gewalt Zerstörung Diebstahl sie waren alle zusammen warum sollten sie sich das antun? das ergibt keinen Sinn vielleicht fühlten sich manche nicht mehr dazugehörig vielleicht die verschleite Stadt von Utara übertrifft selbst die wildesten Träume des Astronauten die Marsianer enthüllen ihre mannigfaltigen Errungenschaften keine Kriege, keinen Hunger, keine Not eine Zivilisation die in Harmonie lebt und keine Unruhen kennt weil ihre Mitglieder in vollständiger Synchronicität miteinander leben wird der Astronaut in ihren Reihen aufgenommen eine richtig schöne Hannibal Lecter Zelle Moment warum gab es dann vorne den vieles aber ... eine Hröre Komisch Ach, da oben ist ein Verteiler. Nee, das Teil haben wir schon, äh, kannst es halt mit nichts verbinden. Wahrscheinlich werden wir echt von oben den Verteiler runterholen. Hier gibt es eine Apotheke. Gut, ich werde versuchen, sie zu finden. Die Tür ist verschlossen, aber ich kann sie an den Stream anschließen. Gut, tu's. Ah, da ist ein Loch für dich. Ah, da ist ein Loch. 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 Um, pop, 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 pop. Um, pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Das ist ja praktisch, Ayla. Hast du noch andere Tricks auf Lager? Ich glaube, ich sehe da Medizin. Vielleicht ist da auch Praga-Benthin dabei? Sehr schön. Perfekt. Das passt ja. Und das Antidepressiva. Sehr viele davon. Seltsam. War das Leben auf dem Mars für Sie nicht ein Traum? Auf dem Mars erstmal Antidepressiva knallen. Okay, das ist dann wohl alles, was hier zu finden ist. Ich bringe dich jetzt rüber zu Sarah und dann finden wir einen Weg hoch. Ich hab da vielleicht eine Idee. Du willst hochklettern? Könnte der einzige Weg sein, wenn's sonst unpassierbar ist. Du kannst nicht allein hoch. Geht schon. Ist kein Ding. Nur ich kann den Streampunkt bedienen und du solltest lieber Sarah helfen. Ist zu gefährlich. Mach dir keine Sorgen. Dann pass gut auf. Werde ich. Nur ich kann einen roten Strahl ins Ziel führen. Gordon Freeman. Gordon Freeman. Gordon Freeman. War auch beim MIT. Der Roboter ist der vermisste Rats Roboter. Ich denke mal, dass mein Roboter eh anders gecodet ist. Weil der für meinen Vater, als der getürmt ist, ja so wichtig war, dass wir die mitnehmen. Aber trotz grafischer Unzulänglichkeiten gefällt mir das Spiel eigentlich ganz gut. Es gibt halt einfach zu wenig Sci-Fi-Stories. Ich weiß. Okay. Ich bin gerade zu doof, das Ding zu machen. Moment mal. Ach, da drüben war noch einer. Den habe ich leider kurz vergessen gehabt. Das ist nicht so groß, ich bin gerade sie. Die Chirka-Kigleisen manual. Das ist so großartig. Ich bin auch noch nicht sicher. Ich mache das, ich sage die Chirka-Kigleisen. Ich habe es das für mich. Wollen wir gerne? Ich bin der Angst, Gott. Ich bin der Angst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammt! Ich habe zuerst reingemusst. Danke Big Cool für den Sub! Da muss ich die Tür nicht offen halten. Ne, der Widerstand nach hinten ist nicht richtig, weil da Energie fehlt. Stopp! Ich habe zuerst reingemusst. Ich muss doch nicht beide Strahlen verbinden nach hinten. Das muss doch jetzt sein zu viel. Okay, Ela. Jetzt kommen wir an die Wand. Mein Fehler. Du 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 D! Gut, dass ich nicht versucht habe, rüber zu hüpfen. Das war nicht mein erster Gedanke. Schwerkraft ist doch nicht so hoch. Kinderspielzeugen in verlassenen Orten sind wirklich gruselig. Das war nicht so hoch. Diese Stühle wurden seit Jahren nicht genutzt, Isaac. Warum nicht? Viele haben Angst davor, was passiert, wenn sie hier schwanger werden. Wir wissen nicht, ob es Komplikationen gibt. Die Menschheit entwickelt sich weiter, weil wir uns anpassen. Nicht, weil wir in Notzeiten den Kopf in den Sand stecken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist eben der Preis. Hast du Familie auf der Erde? Ja. Was brauchst du, Isaac? Der Sturm hat Herschel hart getroffen. Bis der Schaden behoben ist, fehlen uns die Legierungen, um das Wundprojekt fortzuführen. Was ist mit Odum? Wir machen einen Rationierungsplan für die nächsten Monate, aber die Leute haben davon erfahren und streiken. Ich rede mit Rosa. Jetzt reicht es langsam mit diesem Homeward-Unsinn. Warum hast du ihr nicht die Psychiatrie gegeben? Sie könnte helfen. Sie wollte nicht den Leuten helfen. Sie wollte dort nur Schwachstellen finden. Ich kümmere mich um sie. So, jetzt haben wir Zeit, hochzuklettern. Das Eisen muss scheppern. Woops. Oh Gott sei Dank ich habe nämlich gedacht ich kann da erstmal auf den Vorsprung hüpfen. Stell mir vor es wird Ausdauer geben. Deine Ausdauer ist so niedrig finde Secret 4. Ich bin fast losgelassen. 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 Wenn ich fast losgelassen hätte. Ich bin fast losgelassen. 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 Oh nein! closely. Wie am Prinzip ist das Altenheimen. Sie war damals ein wenig enthusiastischer. Sieht aus wie ein Wasserpumpensystem. Du könntest recht haben. Fließt das durch die große Kugel in der Mitte? Ganz normales Wasser? Es ist eine geschlossene Pipeline, die es immer wieder recycelt. Da tropft Wasser aus an der Seite. Ayla, hast du die Strahlungsintensität dieser Spiegel? Wenn es das ist, was ich glaube. 600 Watt vom Sonnenuntergang? Das ist beeindruckend. Da kannst du übrigens die RTX-Reflektion sehen. Von der Kugel im Spiegel. Dafür hat sich RTX gelohnt. Vom 600 Watt vom Sonnenuntergang auf dem Mars. Sarah, das ist die MPT-Justiereinheit für die Arche. So können wir Arche Labus neu verbinden, wenn wir soweit sind. Gut. Was einfach nochmal was ganz anderes ist, weil es bedeutend weiter weg ist von der Sonne. Ne Schlange! Diesen Aufzug kriegen wir nicht in Gang. Was macht dich so sicher? Naja, bei unserem Glück. Wir werden ja sehen. Der Stream-Empfänger ist zerstört. Ah. Bis wir die Arche Labus verbinden, fliegt sie nirgendwo hin. Dann fürchte ich, das Panopticon wird warten müssen. Panopticon. Hey Schatz! Panopticon. Ist das nicht ein Begriff für ein Wachtturm oder so? Hm? Vergiss es. Denn Tark ist fertig. Alle Systeme für Panacea laufen und sind voll funktionsfähig. Zora, können wir darüber reden, was du gesagt hast? Ich glaube, dass... Nicht jetzt! Muss mich konzentrieren. Okay. Ich bin drin. Schau's dir an. Wenn ich das System richtig verstehe, sollte ich Analyse-Daten bekommen, wenn ich hier drücke. Was soll schon schief gehen? Leute, seht ihr das auch? Diese Maschine formt aus dem atmogenen Eintrag die chemische Verbindung der Erde. Umwandlungseffizienz nahezu verlustfrei. Ist das hier das große Los? Ich meine, das Ding kann die Erdatmosphäre retten, den Planeten heilen. Hm. Die Erde hätte jedenfalls ein paar dieser Maschinen nötig. Erhöhte Sauerstoffsignatur. Bedeutet das... Menschen? Dann sollten wir das überprüfen, jetzt sofort. Wir müssen die Messung erst abschließen, weil... Wir verlieren nur wertvolle Zeit. Wofür? Zeit fürs Nachforschen. Sollte dem nicht jemand nachgehen? Wenn da noch Kolonisten sind, wissen wir nicht, wie sie auf uns reagieren werden. Wir müssen bereit sein. Ja, stimmt. Bis jetzt, da ist nicht gerade rosig aus. Wenn ich mit dem Rover zur Anlage könnte, dann könnten wir die Information... Wir gehen morgen zur Anlage, als Team, vorbereitet. Das ist ein Befehl. Sie hat recht, Kat. Wir sollten uns ausruhen nach... Nach dem, was geschah. Im Meditrakt ist ein Zimmer mit Betten. Ich übernehme die erste Wache. Ruht euch aus. Warum ist kein Film? Wenn wir bis jetzt überlebt haben, werden wir noch viel länger überlegen. Äh, überleben. Wir haben Waffen dabei, pass mal auf. Eine Pistole im Weltraum ist ja immer so eine gute Idee. Oder eine Bombe. Ich bin gespannt, sie zu hören. Äh, du musst irgendwie da rein. Piepop, piepop. Du hörst mir kein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob ich will. Wir brauchten irgendeine Strategie. Es wäre schön, im Voraus zu wissen, dass es diese ist. Nur Maria und ich wussten davon. Wir wollten niemanden alarmieren. Also, wann sollte ich es wissen? Sobald ich jemanden erschießen sollte? Ach, siehst du ja. Ich habe das Buch geschrieben. Nein, ich wollte es dir sagen. Ich... Ich musste sicher sein, dass Kathy nichts erfährt. Im Saati, bitte. Nein, nein, nein. Das ist jetzt kein Im Saati-Moment. Was glaubst du, wird passieren, wenn wir Überlebende des Lunarates finden? Glaubst du, die würden einfach friedlich mitkommen? Aber deswegen wollte Maria... Verdammt, ich dachte, man kann einen besseren Blick finden. ...und nicht, damit wenigstens Isaac in Frieden kommt. Ja. Plan A. Das ist Plan B. Ich weiß, es ist drastisch. Und es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Bitte, bitte sagt Kathy nichts. Bitte, bitte, sagt Kathy nichts. Oh nein, sie kommt raus. Wir müssen zurück, eyla. Schnell. Eyla, schnell, sie kommen. Ich weiß, es ist drastisch. Kathy, wo zur Hölle bist du? Sorry, Sarah, aber du bist verletzt und Ryan ist der Einzige, der helfen kann. Da hätte ich es für am besten... Du hast meine Befehle missachtet. Wir sind auf einer Mission. Kathy, so geht das nicht. Du gefällst damit dich und die ganze Mission. Ich bin jetzt die Kommandantin. Verstanden? Hast du verstanden, Kathy? Ja, verstanden. Allein rauszugehen ist absolut unverantwortlich. Du hast den einzigen funktionierenden Rover. Wenn etwas passiert, kann niemand helfen. Hast recht. Wenn du Lebenszeichen siehst, komm sofort zurück. Okay. Tu ich. Pass auf und bleib in Kontakt. Ja, nachts ist auch plötzlich Winter eingebrochen. Das ist geschneit auf dem Mars. Anscheinend sind wir in einer Kältezone gelandet. Es muss ja nicht immer Wasser sein, was gefroren ist. Gibt ja auch andere Substanzen, die gefroren sein können. Gebundenes CO2. Wer auch glaube ich weiß, auf dem Boden. Vielleicht wollten sie ein bisschen Schnee reinbringen, damit man nicht die ganze Zeit nur den roten Mars sieht. Jetzt schmeißt sie die Waffen weg. Oh, ist die dumm. Entschuldigung. Aber selbst wenn sie die im Rover lassen würden, ist das halt lieber im Plan B als gar kein Plan B. Hui. Oh nein, das war die Haustierkiste. Sarah, ich bin jetzt da. Was siehst du? Skitourismus. Von hier aus kann ich keine Lebenszeichen erkennen. Die Anlage scheint verlassen und in schlechtem Zustand. Wie der Steinbruch, den ich erwähnte. Ich seh mir das mal näher an. Wenn du jemanden findest, unternimm nichts auf eigene Faust. Komm sofort zurück. Verstanden? Tu ich. Hier muss doch irgendwas sein. Sehr schön. Man stackt nach der Sequenz im Geländer fest. Zurück auf anfangen. Mein Fehler. Ich muss mir erst die doofe Anlage angucken, bevor ich mich bewegen kann. Da kommt noch so eine Idee, ey. Vorsicht. Du könntest fallen. Danke fürs Folgen. Das ist Artism. Ich muss da rüberspringen, Ayle. Ups. Vor allem, das machen die Eisbicke mal wirklich Sinn. Das war knapp. Ich spare mir gerade ein bisschen Zeit. So sollte man natürlich nicht wirklich klettern. Weil du dich wahrscheinlich dann eher von der Wand abstoßt. Anstatt dass du nochmal deine Kreien da rein bekommst. Kat, wie kommst du voran? Die Anlage ist von Eis umgeben. Ich überquere es jetzt. Eine Wasseraufbereitungsanlage? Vielleicht. Wie läuft es dort? Hier ist etwas Unglaubliches. Die Fehlende Arche. Arche Vita. Vita? Kommt mir bekannt vor. Das ist gar nicht das Unglaubliche. Vita hat offensichtlich eine Datenbank mit Millionen Pflanzen und Tieren der Erde. Viele davon ausgestorben. Und sie kann sie nachbilden. Sie ist ein Biodrucker. Ein Biodrucker? Sie hat einfach alles, um Leben zu erschaffen. Wow. All die ausgestorbenen Tiere, all die ehemalig verschwundenen Pflanzen. Wir könnten alle zurückbringen. Aber sie ist weg. Ihre Position ist nirgends verzeichnet. Sie ist einfach verschwunden. Wenn du also irgendetwas darüber herausfindest, melde dich. Verstanden. Aber eigentlich gleich würde ich noch was anderes finden. Deshalb bin ich hier lang. Wahrscheinlich war mein erster Weg schon der richtige. Oh, jetzt erzähl doch nicht. Also doch nochmal. Je lange dann da hinten rechts hoch. Was natürlich total gut funktioniert, merke ich gerade. Aber ich war auch bei den Eispickeln. Ich habe ja gesagt, dass wir zu dem Eispickel müssen. Und dann hier hoch zu klettern. Und dann hier hoch zu klettern. Ich glaube, die gelben Stofffetzen sind der normalerweise weißen Farbtopf, der weiß, mein Gott, der Farbtopfeimer-Maler. Das sind die Markierungen, wo es eigentlich lang geht. Du meinst den Kantenmaler, äh, den Kantenmaler. Ich meine den Kantenmaler. Mein sprachliches Äquivalent ist heute nicht hoch einzustufen. Nein, wenige gelbe Schätzen sind ein Weg. Also ein Hinweis auf den Weg. Am besten wird es gleich von der Pistole bedroht. Dann siehst du, dass du davon hast, Waffen wegzuschmeißen. Also ein Hinweis auf den Weg. Was auch immer Audums Funktion war, diesen Daten zufolge ging der Output drastisch zurück. Das hervorgehobene Gebäude da. Ich denke, dort gehen wir hin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das haben sie hier also angebaut. Diese Kiste hätte für 50 Leute eine ganze Woche reichen sollen? Das ist viel zu wenig. Klar, warum sie das Zeug zum Tauschen gehortet haben. Hier haben sie also die Antidepressiva selbst hergestellt. Massenhaft verteilt, zusammen mit dem Essen. Wahrscheinlich zu wenig Sonneneinstrahlung. Deshalb haben die die ganze Zeit Winterdepressionen gehabt. Das war also wohl ihre zentrale Anlage für Wasser, Nahrung und medizinische Vorräte. Aber wie es aussieht, hatten sie in den letzten Jahren große Probleme. So was wäre eine Hungersnot. Sie sind verhungert. Und wofür? MacArthur's Luftschluss? Nun, wir kennen die Ursache noch nicht. Oder ob er schuld war. Stimmt's? Gerti, sei vorsichtig, ja? Klar doch. Ich schicke Berichte. Es geht nicht um Drogen auf dem Mars. Es geht um legale Drogen auf dem Mars. Es geht um Drogen auf dem Mars. Der ist mir so, der ist mir so, der ist mir so voll zerfallen. Tolle Leistung. Ich will aber den Hummus mit Fladen. Du hättest die Verkäuferin sehen sollen, Isaac. Sie war die absolut schönste Frau in ganz Chile. Super. Auf einer Tagung in Amsterdam. Weißt du, das war vor dem... Dings. Und, äh, wie hieß das gleich? Ach ja, es hieß... Bitterballen. Oder war's... Bitterballen? Lustiger Name. Hat mir gut geschmeckt. Sicher. Du weißt, dass das, was wir hier tun, verrückt ist, ja? Wie meinst du das? Du weißt, was ich meine. Leute verhungern wegen den Mutationen. Und wir stellen Antidepressiva her, damit niemand daran denkt. Ich weiß. Wir können die Menschen nicht ernähren. Wissenschaft, ich weiß. Sie kann richtig fremdartig sein manchmal. Fremdartig ist dieser Planet für uns. Immer. MacArthur weiß, dass du die Treffen für Homeward organisierst. Du musst vorsichtig sein. Jemand muss ja den Leuten zuhören, ihr Sprachrohr sein. Und was ist da mit den Leuten, die gerne an diesem Ort sind? Wie du? Willst du nicht zur Erde zurück? Zu deinen Töchtern? Na klar will ich sie sehen. Nur wie kann ich? Wir sind auf der Erde ja nicht willkommen. Der Planet ist eh nicht zu retten. Das weißt du. Klar ist er zu retten. Mit den Archen ginge das. Ich meinte damit nicht den Planeten selbst. Ach, ist doch egal. Meinst du... Meinst du, Katie geht's gut? Was? Aber natürlich. Claire hat sie doch. Es ist... Ich weiß ja nicht mal, wie sie aussieht. Ich weiß auch nicht, was sie gerne macht. Sie war so... So klar. Ist ja in Ordnung. Sie ist bestimmt... Ich wollte wirklich, dass sie bei Outdoor dabei ist. Wirklich. Doch ich... Es ging nicht und... Und... Ich bin weg. Weißt du? Ich ließ sie doch zurück und bin weg. Ich... Ich bin ein echter Rabenvater. Doch so etwas ist nicht, Isaac. Doch dein Rabenvater, eine furchtbare Person. Du bist kein Rabenvater, Isaac. Ich bin weg. Du bist mein Doktor, Gott. Wer tut so etwas? Es ist ja gut. Es ist ja gut. Ich... Ich... Die eigene Tochter... ...bist du, Katie. Du... Okay, gehen. Gehen wir weiter und suchen sie. Mir geht's gut, Ayla. Gehen wir. Gehen wir. Ich finde es besser, wenn die Maschine auch reden könnte. Also ein kleiner fliegender Mitfreund. Sollte ich wohl aufschreiben. Hier haben sie wohl die organischen Komponenten für ihre Medikamente angebaut. Auf diesem Schild steht, äh... Silo, Zwiebel, Similan, äh... Theater, hm. Es könnte auch die ganze Zeit nur... Bip, 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 bip. Böp. Mäp, mäp. Für mich sind echt noch zu viele Setzlinge fit hier. Ja. 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 Das notiere ich mir. Zerstörte Heilspulen. Diese Spulen scheinen absichtlich und gewaltsam zerstört worden zu sein. Wer würde seine eigene Nahrungs- und Wasserversorgung so etwas antun? Äh... Menschenheils. Was? Let's go home. William, du tust mir weh. Und du tust uns allen hier weh. Das könnte unser Ende sein. Ich hätte vieles von dir gedacht, aber... Ich war das nicht. Ob du die Bombe gelegt hast oder nicht, das hier ist dein Werk. Leute werden wegen Homeward sterben. Ist das dein Ernst? Die Menschen sterben auch bereits jetzt wegen Outward. Ist dir klar, was dieser Angriff für die Produktion bedeutet? Wir werden Treibhäuser schließen müssen. Die Nahrungsproduktion wird noch weiter sinken als jetzt schon. Ich bin entsetzt darüber. Es trifft uns alle. Aber es ist nicht ihre Schuld. Sie haben versucht, dich zu erreichen, aber du hast weggehört. Ich weiß, dass du Homeward kontrollierst. Mehr als du zugeben willst. Pfeif sie zurück. Und wir können hier vielleicht rauskommen. Wir zusammen. Nein. Nein? Du hast uns eingesperrt und von unseren Familien getrennt. Von zu Hause. Wenn es so etwas braucht, um alle hier wachzurütteln, dann soll es so sein. Und jetzt entschuldige mich. Ich werde gebraucht. Diese Gruppe hat eine Bombe gelegt. Sie zerstörten die Heizung zum Schmelzen des Eises. Die Wasserversorgung sabotiert. Rosas Leute? Sie war nicht beteiligt. Aber ja. Das Wasser brauchten sie zum Essen, Trinken, Baden. Für alles. Unvorstellbar. Wer mit dem Rücken zur Wand steht, greift oft zu verzweifelten Maßnahmen. Wohl wahr. Ich auch. Ich auch. Ich habe es an dir ausgelassen. Du hättest Trost gebraucht. Und ich war nicht da. Es tut mir leid. Danke, Sarah. Bringen wir die Eichen zurück, okay? Für Claire. Ja. Seht's her, mein geiler Unterwasser-Laser. Na, ich glaube ich. Ich muss ja noch ein bisschen zurück. Obje. Ja. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Hmm. Okay. Okay. Yeah. Okay. 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 Ich bin so Banane, ey. Ach ne, jetzt verstehe ich. Okay. Nein, ey, jetzt muss aktiv bleiben. Moment. Das macht da hinten rechts das Ding auf. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss den Container aus dem Weg räumen. Ja, das ist korrekt. Das ist wie eine Sache, die ich vergessen habe. Das ist wie eine Sache, die ich vergessen habe. Das ist der andere, der kann nämlich durch das Fenster das Ding schießen. Nee, kann er noch nicht. Äh, blub, blub. Jetzt kann er's. Okay, Äla. Los geht's. Techniker. Ich bin übrigens eine super gute Idee, in dieses eiskalte Wasser hier zu gehen. Im Notfall schneiden ist doch jetzt passiert gerade, oder? Ich bin hier, ist kalt. Der Raumanzug ist nicht nur isoliert, da ist auch ne Heizung drin. Hm. Ow. 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 Und. Ja. Das ist ihm. Wäre ich das, würde ich mich immer daran erinnern, was in, ich glaube, Alien 3 so lief. Dann kriegst du auch runter oder nur hoch? Nur hoch. Passt du niemals fremde Eier an? Ne, in Alien 3 sind sie doch... Ah ne, in Alien 4 sind die in dem überfluteten Unterwasserlabor. In einer Szene. Da wird dann nämlich gezeigt, wie gut Alien schwimmen können. Hopp, hopp, hopp. Mein Freund. Kathi, bist du näher an der Signatur? Oh mein Gott. Kat? Bist du da? Die sieht Schatten. Aber ich glaube nicht, dass das von Menschen ist. Kat? Hörst du mich noch? Kat? Kathy? Das sind Pflanzen, die Schattenwürfe von Menschen machen. Weißt du warum? Die haben nicht... Die haben bestimmt nicht noch mehr Gesichter Designs. Bei denen, die wir bis jetzt kennen. Im Film. Im Film. Im Film. Im Film. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, irgendwo muss es einen Weg hoch geben. Wer ist mit dem umgestürzten Ding hier? Ich gehe einfach über die Sandsäcke, was noch viel effizienter ist, als hier über die Ecke zu springen. Dass hier mal alle Alternativwege so versperrt werden, dass man bloß nicht einen Schritt außerhalb des normalen Weges geht. Es bleibt nur noch widerspenstiges Unkraut und zwar jede Menge. Dieser Ort wurde so lange vernachlässigt, dass für Kolonisten hier nichts mehr von Wert zu finden ist. Ah, ah. Ich erinnere mich an diese Worte von ihm. Kathy, ist alles okay? Hey, bist du okay? Sicher? Du bist ganz kalt. Echt? Alles gut. Willst du eine Decke oder so? Ich mach was zu trinken, ja. Klar, keine Sorge. Ich mach das schon. Ich... Bitte, sag, was du dir dabei gedacht hast. Man nimmt kein Kind in diese Todesfalle in der Bucht mit. Die WSA kann ja all das was... Ich wollte es ihr selbst zeigen. Ich vertraue ihnen nicht. Und ich dir nicht. Aber meine Meinung zählt ja wirklich gar nichts mehr. Ich hab das Sorgerecht und Mitspracherecht verloren, während du auf der Erde auftauchen und sie mitnehmen kannst. Ich bin ihr Vater. Oh, ich weiß. Der Staat hat mir das mehr als deutlich gemacht. Obwohl ihr Vater... Denn Kathy hat ein gutes Zuhause auf dem Mond. Können wir heimgehen? Bitte? Kat, wir gehen ganz bald. Okay? Es tut mir leid, dass du das nicht verstehst, aber so wird es kommen. Du bist ein Egoist und ganz mieser Vater. Du handelst nur aus Furcht und Schmerz heraus. Du hast ja keine Ahnung, wovon du redest. Wir wissen beide, dass du dich aus einem unerfindlichen Grund für den Mond entschieden hast, anstatt deine Talente für die Erde einzusetzen. Die Erde ist mir verdammt egal. Das Einzige, was zählt, ist sie. Sie? Und was ist mit mir, Dad? Oh, Claire. Oh, Claire, ich... Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Claire, bitte. Hey. Nicht weinen. Hey. Ich konnte ihm wohl sagen. Wir... Wir sehen uns wieder. Versprochen. Claire. Bitte, bitte, Claire. Wasch. Wusch. Rackete. Ich... bin da. Du meine Güte. Wir waren in Sorge. Was ist passiert? Offenbar Interferenzen. Die Verbindung war weg. Ich war die Signatur. Was? Du bist allein reingegangen? Hier ist niemand. Nur Unkraut und halbtote Pflanzen. Was haben wir dann empfangen? Wir haben Sauerstoffverbrauch bei Sonnenuntergang registriert, oder? Nachts verbrauchen Pflanzen Sauerstoff, statt ihn zu produzieren. Also, das ist das Urgewesen. Verdammt. Okay. Kat, komm zurück und wir überlegen, was wir tun. Ich habe mal diese entspannten Szenen und plötzlich schleudert mich das einfach irgendwo runter. Ich glaube, ich war jetzt in der... Ich glaube, ich komme jetzt wieder in der Traumsequenz raus. Ella, ich bin okay. Keine Sorge. Ich bin wohl in ihre Bausschächte gefallen. Also muss es einen Weg hier raus geben. Treffen wir uns beim Rover. Ach, der hat mit dem Roboter gesprochen. Ruf der Höhenforscher. Ruf geht auch in jede Traumsteinhöhle. Ruf geht auch in jeder Zeit. Das Wasser ist eiskalt. Ach, jetzt merkst du das eiskalte Wasser. Warum wolltest du unbedingt auf diese Mission kommen? Was? Die Rettung der Erde schien dir nicht wichtig. Warum jetzt? Ich habe zu tun, Sarah. Warum jetzt? Bitte, antwort. Sarah, ich brauche deine Hilfe im Wohnquartier. Gleich, ich... Da sind vielleicht auch Rodiana. Sicher? Wurdest du entdeckt? Ich... Mach dir keine Sorgen. Bin unterwegs. Kathy, komm zurück so schnell du kannst. Verstanden. Boah, gibt's doch nicht. Was muss doch der Weg sein? Boah, gibt's doch nicht. So, nee, ich muss von hier aus da ran springen. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ach, komm. Ich darf mich nicht umdrehen. Ich muss wirklich, äh, auf die Wand gucken und dann rüberspringen. Keine Sorgen, ich mach die Kamera gleich wieder an, aber ich muss pinkeln. Das ist einfach doof, wenn ich in die Flasche pinke und die Kamera ist an. Nein, mach ich natürlich nicht. Das Spiel will mich gerade veräppeln. Mein Sauerstoff ist gleich alle. Tü, 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 tü. Alter. Ach, die Kamera ist ja an. Ja, leck mich fett. Ich dachte, die ganze Kamera ist aus. Dann siehst du mal, wie viel Schlaf ich in den letzten beiden Tagen bekommen hab, während er unkrank war. Dann siehst du mal, wie viel Schlaf ich in den letzten Jahren und dann siehst du mal. Der Baiter, der war krank, der hat, ähm, ähm, um nochmal ganz kurz zu erwähnen, der hat halt, ähm, Husten und Schnuppen. Das ist halt immer bei dem so eine Sache. Dass er halt direkt Kortison bekommt, weil der wirklich total schlimme Reizhusten dann immer hat. Und ich musste, äh, der musste auch Paracodin, glaube ich, ist das ja, Tabletten bekommen, aber die gab's denn irgendwo in der Apotheke. Es hat eine Freundin heute bei sich in der Ortschaft gefragt, ob die was haben. Und die hatten, Gott sei Dank, noch ein bisschen was da. Aber die haben auch gemeint, zur Zeit, eigentlich, äh, richtig scheiße. Man kann das nicht mehr bestellen. Und das ist halt ein Hustenstiller für Kleinkinder zum Beispiel. Und wenn natürlich so ein starker Reizhusten ist, dann hast du den Hund hier, der die ganze Zeit hustet, weil das Antibiotika noch nicht wirken. Und mit dem Kortison, naja, das ist ja auch nur abschwellend, was der gespritzt bekommen hat, damit der Atemweg ein bisschen freier ist. Boah, du willst mich veräppeln, einfach spiel. Aber jetzt kann der, seitdem ich halt heute die Tabletten habe, so, der hat vorhin eine halbe bekommen, dann schläft der auch ruhig. Der ist die letzten Nächte nachts immer wach geworden und hat rumgehustet und dann kannst du auch nicht schlafen. Wenn die ganze Zeit der Hund neben dir rumkeucht. Also er kann nichts dafür, aber, äh, ich bin froh, dass ich heute Nacht wieder schlafen kann. Ich bin wieder drin. Wohin soll ich jetzt? Der Aufzug fährt wieder. Komm einfach hoch, sobald du bereit bist. Verstanden. Was passiert denn da so im Hintergrund der Anlage? Ja, wenn du das Haustier leidest, ist auch eine Problematik. Das kannst du halt viele Haushaltsmittel nicht benutzen beim Haustier. Bei einem Kind kannst du auch, äh, äh, trinke hier Tee und mach das und hier zieh einen Schal an mit einer Wärmflasche. Vielleicht sind wir zu spät. Vielleicht auch nicht. Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist. Nein. Finden wir es raus. Ist der tot? Was war das in Ordnung, Sarah? Ich weiß nicht. Der Schattenwurf ist richtig, äh, ungünstig für die Stirn. Sicherheitsdrohnen. Ich hasse die Dinger. Geht's? Ja. Es geht. Ist schon lange her. Aber wir sollten umkehren. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Ist das für eine Kacksterbeposition? Sollte ich wohl aufschreiben. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Mirgaas hat sie auf dem Mond in Auftrag gegeben. Er wollte damit führen. Doch schon bald hat er die Basis damit übernommen und dafür gesorgt, dass sich niemand gegen den Backout gewährt hat. Wer hat auch gedacht, wenn ich sterbe, dann aber mit angewinkelten Beinen. Echt guter Interagieren-Button übrigens. Was soll ich machen? Ich war stets bemüht. Ah, vielleicht in die Hocke gehen. Hallo, ich hocke. Ich möchte dich berühren. Ja, vielleicht haben sie sich im Nachgang überlegt, die zweite Leiche davor zu legen, weil es denen ein bisschen wenig vorkam und jetzt kommen wir da nicht mehr dran. Da hat niemand mehr nachgeguckt, ob das funktioniert jetzt. Ich weiß auch nicht, dass diese Interaktion benötigt wird, damit es weitergeht. Ich werde auch ein Interagier, mit dem ich nicht interagieren kann. Ich glaube, wir müssen diese Szene nochmal neu laden. Gute Nacht, Thierry im Chat. Schlaf gut. Beachte mich. Wir machen einfach Hauptmenü und vom Hauptmenü gehen wir dann auf Fortfahren. Was ist denn hier passiert? Vielleicht sind wir zu spät. Vielleicht auch nicht. Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist. Nein. Finden wir es raus. Ist alles in Ordnung, Sarah? Ich weiß nicht. Ah, jetzt gehen nicht auch beide rein. Das hat mich vorhin, glaube ich, gebackt. Mehr Leichen. Sicherheitsdrohnen. Ich hasse die Dinger. Geht's? Ja. Es geht. Ist schon lange her. Aber wir sollten umkehren. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wir sind aber leichte Beute ohne... Sollte ich besser aufschreiben. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Gut. Seid bitte vorsichtig. Jetzt geht's. Ist da irgendwas? Oh, ich wollte dich nicht. Was nützlich ist dabei? Hey, ist da was? Die Protokolle sind durcheinander. Sie scheint per Notaus abgeschaltet worden zu sein, die anderen wohl auch. Aber hier steht mehr Code. Vor der Betätigung des Notaus wurde etwas geändert. Ohne Analyse der Diagnostik schwer zu sagen. Sieh mal. Outward bei der Tür. Haben sicher die Brücke bewacht. Die ACEs, und zwar die von MacArthur, sind vor ihnen. Nicht Homeward. Hm. Sie haben also Outward angegriffen und nicht Homeward? Was hat Sarah eigentlich gegen ACEs? Einer griff sie auf dem Mond an. Darum saß sie dort fest. Beim Blackout untersuchte sie die Ursache und einer schlug sie bewusst los. So ist das mit deinem Dad passiert und den Rest kennst du ja. Ja. Siehst du, was einige in der Hand halten? Haben die den Eingang verbarrikadiert? Den eigenen Fluchtweg versperren? Es sei denn, sie wollten gar nicht fliehen. hat sich diese Tür etwa von selbst geöffnet? Eins hat er doch gepiepst. Das Geräusch kenne ich. Die Drohne von deinem Vater. Da, ist eine ASI-Einheit. Hey Kumpel, der Kaffee ist einfach durchgerauscht. Ich bin gerade im Büro. Bumm. Super, danke für die Hilfe. Weißt du, was sie mit unseren Ausscheidungen machen? Willst du wirklich jetzt darüber reden, während du auf dem Klo bist? Ja, ja, ich will. Nein, ich weiß es nicht. Aus dem Damen, aus dem Sinn und so weiter. Deswegen darfst du am Schreibtisch buckeln und ich kriege die coolen Sachen. Ich denke auch mal nach. Während du einen abseilst, ja, jetzt hör zu, drüben auf der Vita dehydrieren sie die Fäkalien und schicken sie dann zum Kompostieren Richtung Odum. Am Ende isst man in diesem Zyklus doch seine eigene Ausscheidung. Wie cool ist das denn bitte? Ist mir egal, total. Wenn mir dann die wöchentliche Legierungswerte schicken würdest, buckele ich weiter an meinem Schreibtisch. Das notiere ich mir. Mein Gott, noch mehr Leichen. Naja, okay. Irgendwo mussten ja auch alle sein. Sind sie? Wie kam es bloß dazu? Petichiale Blutung. Zyanose. Sie sind erstickt. Aller? Ja. Von Homeward und Outward. Wir müssen weg. Hier ist es gefährlich. Wie gefährlich? Sarah, hier ist niemand. Wissen wir das? Und sieh doch, was sie hier getan haben. Sarah, beruhig dich. Nein. Wenn wir auf Überlebende treffen, wären wir ihnen ausgeliefert. Wir müssen zurück. Ela findet Hologramme? Ja. Tut dann Alex das nicht auch? Nein. Und ich versuche seit Jahren, den Code des Lunarads zu knacken. Wie viele hast du gefunden? Nur ein paar. Spiel's ab. Was? Spiel es ab. Achso, Lunarad und nicht Lunarads. Ich dachte, Rads wegen Rattencode. Schatz mit, ein paar J OK. Lass uns nun helfen. Kive sie her. 海石 wird schwarz. Ich will nicht. Schatzgeräusche. Szenarad werden die Schräfer zu knacken. injuries. Schatzgeräusche. Und dann versuche ich ganz enfants. Ich gehe jetzt wieder auf einer Karte, Mal vorstu offens вечером. Es gehtutlich, man sieht ein paar Z стар gia doctrines. Wenn ihr denkt, dass der Mars je ein sicherer Ort für uns sein wird, seid ihr verrückt? Wer macht ihn denn unsicher? Ihr habt Odom zerstört. Wir müssen zurück zur Erde. Hier bleiben bringt nichts. Versteht ihr nicht, dass die Erde verloren ist? Ich will einfach meine Familie wiedersehen. Das reicht jetzt, Leute. Genug. Sich hier streiten wie die Wilden. Ihr wisst es doch besser. Wir haben es hier zwar schwer, doch damit Outward klappt, müssen wir Mühsal ertragen. Mühsal, die wir vorhersahen. Alle, die per Arche zurückkehren wollen. Was wird dann auf der Erde daraus? Und wer erhält dann als erstes Hilfe? Ihr! Jeden Einzelnen von euch wird man vor Gericht stellen, sobald eure Füße den Boden berühren. Und Nationen ohne Entscheidungsrecht? Ohne jegliche Kontrolle? Was denkt ihr, werden diese wohl tun? Kämpfen werden sie. Töten. Zerstören. Sie werden die Arschen, so wie auch sich selber, blindwütig zerstören. Seit über 30 Jahren wissen wir bereits, dass die Erde am Ende ist. Noch 30 Jahre und die Oberfläche wird fast so aussehen wie auf dem Mars. Die menschlichen Grenzen herauszufordern, hat nun mal seinen Preis. Und diesen Preis müssen wir zahlen, für unsere Zukunft. Gemeinsam können wir das hier noch immer vollbringen. Es möglich machen. Wir müssen nur... Es reicht, William. Schluss mit den Reden. Du kannst uns nicht mehr ignorieren. Du redest von gemeinsam. Dabei sperrst du schamlos Leute in die Krankenstation. Verzweifelte Leute, die Notmaßnahmen ergriffen. Wegen deinem Nichtstun waren sie dazu gezwungen. Uns fehlen Familien, Freunde, die Erde. Wenn unser Wissen sie retten kann, müssen wir es versuchen. Du hast uns auf die Archen und in dieses alttraumhafte Leben gezwungen. Und nun lässt du uns keine Wahl. Hör uns jetzt zu, William. Du hörst uns jetzt gut zu. Jetzt, Julia. Wie? Rosa. Was hast du getan? Ihn nach. Homeward, ergreift MacArthur. Und bringt ihn zur Kommandobrücke. Mein Gott. Es war Homeward. Sie haben sich mit den ASEs durchgekämpft. Ich glaub sehr kaum. MacArthur ließ es zum Bürgerkrieg kommen. MacArthur? Ja, MacArthur. Die ASEs. Der Angriff auf Odum. Rosa ist wohl genauso sehr daran schuld. Rosa? Das soll wohl ein Scherz sein. Sie hatten keine Wahl. Sie wollten keine Gewalt. MacArthur zwang sie dazu. Trotzdem heiligt der Zweck nicht die Mittel. Rosa ist genauso sehr an der Eskalationsschuld wie er. Ohne sie wäre das nie passiert. Unterdrücker mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Das zieht er aber nicht genauso despotisch wie MacArthur. Sie zwinkt ihren Bild noch genauso auf. Und nicht alle. Das hast du ja gesehen. Hältst du das hier für ein fiktives Moral-Dilemma? Aber mein Vortrag deines Vaters ist doch deutlich. Das sind Eltern. Die würden auch ihr Kind verlieren. Ich hab mich nur einmal umgedreht und eine halbe Stunde mit meinem Mann gestritten. Dann war die plötzlich weg. Die hast du schon zweimal gesehen. Oh mein Gott, das ist Ace. Er kam mit Daddy her. Er führt uns irgendwo hin. Aela, ist das möglich? Ich denke, der hat die Nachricht abgeschickt. Moment, wo ist er jetzt lange gegangen? Nach oben oder hier? Wobei die Leitern, die sind doch auch neu. Ich bin wirklich, wirklich bereit, aus Habitats auszuziehen. Ja, ich weiß natürlich, kriegen gewisse Leute ihre eigene Zimmer. Und wir spielen ihre hier Sardinen. Herr Johns Füße stinken so. Wie soll ich bitte so schlafen? Warum schlaft ihr überhaupt so und nicht Kopf an Kopf auf der gleichen Seite des Bettes? Gib dir das, sie will etwas Privatsphäre. OMG, hahaha. Anstatt Glückspillen zu machen, um uns davon abzulenken, dass die Wohnungen nie gebaut werden, könnten sie sich wenigstens um etwas Deo kümmern. Du klingst wie diese Homeboard-Leute. Ja, vielleicht. Das muss ich mir notieren. Als Astronaut den Marsianischen Rat mit seinen Gräueltaten konfrontiert, erhält unser Held von allen Seiten Unterstützung, als die Marsianer seine Position einnehmen. Sie wollen wieder Menschen werden. Der Rat versucht, seine Lebensweise und Tradition zu erläutern. Doch die Rufe nach Freiheit wachsen, wird der Astronaut die Leute aus der Tyrannei befreien können. Sollte ich aufschreiben, falls ich's brauche. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Hm? Ich seh schon, ich wäre nachher eh hier hochgekommen, weil irgendwas muss ich öffnen. Da unten ist nämlich auch schon, äh, ein Durchgang für einen der Strahle. Ich warte! Wie hat er es da reingeschafft? Verdammt. Suchen wir einen Weg. Wo ist denn... So, das war mit den stinkenden Füßen. Da drüben war der Weg, wo wir hochgeklettert sind. Das ist zwar verbunden... Aber ich muss da in den Raum rein. Sollte ich für alle Fälle aufschreiben. Die Warteliste für das Wohnprojekt war irre. Die Leute mussten Jahre warten, um eine eigene Wohnung zu bekommen. Haben sie bis dahin alle hier geschlafen wie die Ösardinen? Und da drin ist ein Sensor. Und da drin ist ein Sensor. Das war ja doch einfacher. Die Leiter waren wir oben. da müssen wir nachher hin. Da sind Verteiler. Dann bringst du ihn halt dazu. Rosa, es reicht jetzt. Das geht alles zu weit. Das hier ist nur der Anfang. ASIs hacken, Krankenstationen stürmen, Gefangene freilassen. Du merkst nicht, wie verrückt das alles ist. MacArthur hat Archelabos abgesperrt. Nicht ich, Isaac. Warum bist du hier? Als Unterhändler unseres glorreichen Anführers? Als Freund, ich bitte dich. Bitte sei doch vernünftig. Gar nichts wehr dich. Ich lass mir nichts sagen. Und die, die Outward unterstützen? Die hoffen, dass es klappt? Die Leute, auf die deine ASIs gerade ihre Waffen richten? Wir verlassen diesen Ort. Und zwar mit den Archen. Wenn du helfen willst, geh ins Panopticon und sag MacArthur, er soll Labos aktivieren. Ansonsten hältst du dich raus. Warum? Warum fühlen sie sich so auf? Zusammen haben sie so viel durchgemacht. Wie konnte es so weit kommen? Ich hoffe, sie sind okay. Wir haben nur Leichen gefunden. Als wenn dein Vater hier irgendwo in der Ecke hockt und ein Whisky trinkt alleine. Hm. Oh. Danke Taum, ich höre in Stufe 1 ab. Ich muss den Stahl um 2 abschwächen, also muss ich doch oben rein. Okay, den kriege ich ja definitiv nicht weg. Und wisst ihr, was ihr machen müsst? Was man machen muss, hier unten den wegnehmen. Den stellt mir dann... Hier hin. Ich glaube, die Tür bleibt noch offen, oder? Ach, scheiße. Ich glaube, ich denke falsch. Aber es ist ja auch schon spät wieder. Ah, doch, alles gut. Kann ich die Drohne durchschicken. Ich habe Geschenk für dich. Guck hier, Mädel. Danke. Und ab. Ich bin übrigens noch ein bisschen schockiert, dass wir eigentlich immer noch an der zweiten Arche sind. Und es sind ja drei. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel dann doch von der Zeit so lang ist. Wobei relativ. Wir sind jetzt, glaube ich, bei fünfeinhalb Stunden. Oder vielleicht fünf Stunden, zwanzig Minuten. Oder fünf Stunden glatt. So, dich haben wir... Isaac, bist du im Panopticon mit Arthur? Isaac, bitte antworte. Isaac, bist du noch am Leben? Das wollte ich... Alles nicht. Meg Arthur soll... Hobby test... Aktivieren. Isaac. Das hat Meg... Meg Arthur hat den Sauerstoff abgedreht. Und den alle umgebracht. Als sie meutern wollten. Rosa. Dieser Mörder... Unglaublich. Hey. Noch bei Rosa nach all dieser Zeit. Warum hast du nicht gesagt, wo du hingehst? Ich... 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 Ich sah Ace und bin ihm nachgelaufen. Da ist noch ein Hologramm. Meg Arthur hat Labos abgeschaltet, damit Rosa die Startsequenz nicht aktiviert. Und... Und... Danach... Stellte er den Sauerstoff ab. Von der ganzen Kolonie. Du hast Isaac da wohl auch gesehen, oder? Wir gehen. Was? Was? Wir starten die MPT-Verbindung zu Labos von der Brücke. Wir machen Habitas stark klar und sind vor Beginn der Nacht weg. Und die Archivita? Rosa ist tot, Kathy. Es sind alle tot. Und wenn's Überlebende gibt, sind die wohl bewaffnet und würden uns töten? Die Mission ist noch nicht abgeschlossen. Uns fehlt ein Crewmitglied. Und kritische Ausrüstung, die wir für die Mission brauchen, fehlt auch. Archivita mag wichtig sein. Doch wir wissen nicht, wo sie ist und ob sie funktionsfähig ist und dich gefährde. Den erfolgt dieser Mission nicht weiter mit der Suche. Wir brechen jetzt auf. Das ist ein Befehl. Was machen wir mit dem Kleinen da? Ace, dreh dich um. ASE-Einheit 63754-N Eigentumstransfer Lunarad-Überbrückung 170 544 Isaac Johansson Dein Name? Mein Name? Ryan Delianen Das ist ja was. Ja, jetzt kannst du nie wieder allein auf Klo gehen. Hm. Kathy, richte die Schüssel auf Archelabos aus. Das ist ja was. Ja, jetzt kannst du noch schauen. Ja, jetzt kannst du dich geben. Lass uns das nicht die Sch consequences. Das ist ja was. Was ist ja was. 454-N Fertig. Also, Ryan, prüft die Systeme und dann los. Bin dran. Sarah? Pass zum. Ist sie? Sind wir? Was hast du getan? Ich... Ich... Das war doch Absicht. Sarah, stopp. Kommen wir nie vom Planeten. Sarah, halt, stopp. Das war unsere letzte Möglichkeit, nach Hause zu fliegen. Sarah, hör auf. Wir sitzen hier fest. Reiß dich jetzt zusammen. Verstehst du das nicht? Sarah. Schon okay. Okay. Ich Mai. Ich. 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 Nein. Ryan, ich schwör's. Ich weiß nicht, was passiert ist. MPTs funktionieren so nicht. Ich hätte das nicht mal geschafft, wenn ich gewollt hätte. Nicht, dass ich es wollte, nur ist... Ja, doch, ich weiß. Ist sie okay? Ja. Wird schon werden. Ja, sie braucht nur ein bisschen Zeit. Ein großes bisschen. Also, was jetzt? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir die MPT-Schüssel noch anschließen können? Eher unwahrscheinlich. Also, besteht noch die Chance? Naja, nur wenn die Schüssel beim Aufprall nichts abbekommen hat. Und selbst wenn das der Fall wäre, bräuchten wir freie Sicht auf sie von Habitas. Und ich müsste die Transformatoren und Wandler prüfen und hoffen, dass sie intakt sind. Ich muss einfach bei Sarah bleiben. Doch ich richte mich von hier aus nach dir. Okay. Kat? Wir zählen auf dich. Ja, weil es die riesige Arche nicht frontal in den Marsboden gekracht. So hat sie sich überraschend noch gewendet. Bevor sie aufgeschlagen ist. Stell dir mal vor, der hockt die ganze Zeit da oben in diesem Panacottia. Und lacht sich da ein Ast. Der letzte überlebensfähige Bereich auf dem Schiff. Wuii! Wuii! Ja, leck mich doch. Das erwischt doch die Antenne. Sarah? Brot sich aus. Bringen wir ihr gute Neuigkeiten, okay? Ja. Die Erde hätte davon profitiert diese Archive wieder zuhause zu haben. Revolutionäre Technologie völlig zerstört. War ich das? Wie jetzt? Warum kann das Spiel nicht durchgehend so hübsch sein? Richtig schöne Trümmerstelle. Richtig. 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 Mhm. So was gibt es auf der Erde nicht. Das ist natürlich der Nachfolger von Don Deliver, Deliver the Moon. Es hat aber einen ganz anderen, eine ganz andere Ausrichtung. Da muss ich gleich mit der Drohne versetzen. Okay, da geht es nachher weiter. Warum haben wir die Arche, die Technologie, die Archen selbst waren wohl eine Art Kommune von Wissenschaftlern und Forschern. Also die Besten der Welt und die haben halt auf eigene Faust, ich glaube abseits der Regierung sogar, den Kram aufgebaut. Oh Gott. Oh Gott. Aber die fragen sich das ja selbst ja mal wieder hier, warum die so technologisch so fortgeschritten sind im Vergleich zu dem, was auf der Erde möglich ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. ich glaube nicht dass ich alles unterwegs gefunden habe jetzt hat er sich wieder ausgeschaltet ich glaube da ist eine spannung zu viel drauf aber es ist rätseltechnisch alles ist es jetzt nicht so die welt hier das spiel es hat er in interaktive geschichte also kommst ja relativ also eigentlich kommt es nie ins schwitzen moment der muss auch an die front einkriegen ok so 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 hat er mich sichtlich irritiert so Sollst du das Ding davor aufsammeln? Ach. 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 Okay, richtig dämlicher Ort, wo das Teilversteck, weil ich wollte mal gucken, ob er durchfliegen kann. So, das sind zwei, ja. Dass sie ab Ну nine sind. So? Ach. Was ist das? Gucken wir mal ob das der Weg ist wie sich das hier vorstellen mit dem aufteilen Ach komm schon ey Boni da musst du das eh machen Hm Da dreht er sich Genau so Ayla Jetzt können wir den Arche-MPT mit Havitas verbinden Müsste über uns sein Ja Baby Oh jetzt gibt es auch noch drei Dechivrierstufen Obwohl ihr einfach nur denkst das ist auch schon bei zwei dämlich gewesen Vor allem zwischendurch haben sie es dann reduziert wieder auf eins und jetzt ist wieder drei Okay Ja Sir Aktivieren Sie sofort das Sicherheitsprotokoll der MPT Verbindung Ich verstehe nicht Die Homeworlds Aufständischen wollen die Kolonie an sich reißen Deaktivieren Sie Arche Labos und die MPT Software braucht ein Genehmigungsprotokoll Sir Und falls jemand versucht die MPT Verbindung zu Habitas ohne meine Genehmigung neu zu starten Dann übertakten Sie sofort die Schubdüsen Dann brennen Sie durch Und Labos treibt weg und es löst vielleicht eine Kettenreaktion zum Rumpfteil aus und zerstört das ganze Schiff Tun Sie es Stellen Sie die Genehmigungskondition auf Entschlüsselstufe Argus Verstanden? Ja Sir Ich weiß warum die Arche abgestürzt ist Als der Aufstand in Habitas ausbrach hat MacArthur der MPT Verbindung ein Notausprotokoll zugefügt Dieselbe MPT Verbindung die wir fast in Labos gestartet hätten Ja Wenn man ohne seinen Ratscode die Verbindung startet Brennen die Schubdüsen durch Das hat Labos zerstört Ich sehe mal nach der Schüssel In Ordnung Viel Glück Naja immerhin war sie es nicht Alles gut muss nicht Wir sind ja schon drüben Gibt es zu sein Japanese Wir sind ja schon drüben No ho sellist Rosse Ich sehe es mal Meine Sie 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 aber es wird doch einen kreis das schiff nee wir machen hier zu an der stelle so Verdammt, das erste Mal war wirklich in Gefahr. Ich hatte nur mich an der gegenüberliegenden Seite festhalten müssen. Die Frage ist jetzt nach oben oder nach unten? Ich glaube nach oben. Nach unten ist nur der Tod. Also das mache ich kein zweites Mal. Besser sieht das nicht gerade aus. Oh mein Gott. 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 Wie hat es das? Guck dir das Ding an. Das ist doch noch gut im Schuss. Kaum Gebrauchsspuren. Kann ich morgen noch bei Ebay reinstellen für Bastler. Oh mein Gott. Nein! Also die Grundsicht dass du ein bisschen aufpassen musst wohin du mit den Ickenhaus, gar nicht mal so schlecht. Die Umsetzung könnte halt einfach ein bisschen smoother sein. Aber so konnte Lara Croft halt nicht. Klettern, dass du jeden Arm wirklich einzeln bewegst. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, Spider-Man wird das Ding kaputt machen, wenn er sich hier dran hängt und langhangelt. Ich glaube, Spider-Man wird das Ding kaputt machen, wenn er sich hier dran hängt. Was soll schon passieren? Die, 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 die. Ich bin eigentlich mehr darauf getippt, dass das Ding runterfällt. So wie das kleine Teil. Aufschlag! So, es ist soweit. Jetzt verbinden wir die Schüssel wieder, Aayla. Wenn das nicht klappt, naja, kommen wir halt nie ins Panopticon. Oder heim. Was für ein dunkles Geheimnis soll denn hier noch drin sein? Verdammt, Geheim! Schließ diese Tür auf! Nein, nein, hört zu! Er hat die Schubdüsen manipuliert. Wenn ihr den MPT startet, treiben wir entweder weg oder die ganze Arche explodiert. Nur MacArthur kann die Verbindung wieder genehmigen. Wir kümmert uns gerade um ihn. Aus dem Weg! Nein! Arno, durchbricht die Türen! Seid ihr verrückt? Ihr werdet noch... Ich bin am Panopticon. Ist Labas okay? MacArthur? Isaac! Hogwarts! Das Schiff hat ein Loch! Wir werden gleich! Ja, da ist das Glück, die Leiche deines Falls als letztes zu finden. Mikrowellen-Energieübertragung startet jetzt! Wenn das nicht die schönste MPT-Verbindung ist, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Komm wieder zurück, dann brechen wir auf. Ich bereite Habitats für den Start vor. Okay, bis bald. Aber erst finde ich dead. Kerstin, wir sind startklar. Bist du schon zurück? Noch nicht. Bin auf dem Weg. Okay. Komm, Bebop. Oh nein. Ähla, meinst du, das könnte? Könnte. Solltest du mir notieren? Hat MacArthur die gesamte Kolonie von hier aus überwacht? Er hatte die vollständige Kontrolle über sie und all die Bewohner. MacArthur. Ja, der hat dir auch noch gefehlt. Es gibt keinen Ausweg, MacArthur. MacArthur. William, es reicht jetzt wirklich. Verbinde Labos und wir klären das. Du, ich und Rosa. Ihr macht beide unser gemeinsames Werk hier zunichte. William? Hörst du mir überhaupt zu? Anzug an, Isaac. Was machst du denn? Zieh den Anzug an. Outward, hier spricht MacArthur. Wenn die Aufrüber nicht umgehend abziehen, lege ich die Arche Habitas still. William, nein. So tötest du alle. Nicht alle. Schalte die Sauerstoffversorgung ein. Da draußen sind noch Leute, die an Outward glauben. Die unschuldig sind. Möchtest du die etwa auch opfern? Nur ich bin stark genug, uns zu retten. Ich tue das Notwendige. Also, ja, Isaac, werde mich. Isaac, bist du ein paar Optikon mit MacArthur? Isaac, bitte antworten. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Isaac, bist du am Leben? Das wollte ich alles nicht. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich bin am Panoptikon. Ist Labas okay? Isaac, Homeworld, das Schiff hat erlaubt. Wir werden gleich... Hey, Arche Labas. Kann mich jemand hören? Bitte kommen. Labas, bitte kommen. Ich bin ein paar Mal. Dann war er nur noch allein. Outward. Menschen des Mars. Hier spricht Isaac Johansson. Es... Kommt bitte zur Arche Vita. Kommt alle. Krass, da hat er am Ende wahrscheinlich doch noch alle mit der Arche Vita gerettet. Ich dachte eigentlich, wir würden die Arche Vita wirklich noch finden. Naja, er muss ja die Liebe aus Titan geben. Okay. 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 Wieso muss es das? Nein, es muss das nicht geben, aber es muss das nicht geben, aber es muss das nicht geben. Ja, sie hatten noch Klopapier zum Schluss. Bitte funktioniere. Bitte verschlüsselte Funkübertragung genehmigen. Argus, genehmigen. Ich kann es nicht fassen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du fehlst mir. Wenn du das hörst, weißt du, von wo aus ich es ende. Vor zwei Jahren verlor Outward die Verbindung zur Archelaus, zur Hauptstromquelle. Ich bin in Archivita, die du auf dem Mond gesehen hast, als du klein warst. Weißt du noch? In dieser Funknachricht ist der genaue Standort von Archivita verschlüsselt. Ich schlüsse jetzt ab. Aayla entschlüsselt es. Hör zu, Mondbär. Ich lebe noch. Komm und find mich. Übertragung fehlgeschlagen. Verdammt! Merry notamment. Möhm. Möhm. Wenn du noch bist, dann hast du ein Gericht. Du bist wieder. Er ist. Ich habe es. Lieber, dein Herz, ist. Ja. Der Namager. Drei, Fuß. Drei, ich bin. Ich habe Claire immer wieder gesagt, dass du dafür nicht bereit bist. Der Situation nicht gewachsen bist. Doch das zu verschweigen? Wir gehen. Jetzt. Tu nicht so fromm. Wie bitte? Ich weiß, dass du mich nur mitgebracht hast, damit sich mein Dad erweicht und friedlich mit uns kommt. Damit ihr ihn dann wegsperren könnt. Ja, er gehört auch weggesperrt. Entweder das. Oder? Plan B? Was ist mit unseren Waffen? Hab sie entsorgt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Du hast so viel Potenzial, könntest so vielen helfen und wirfst das alles weg, nur wegen deinem verdammten Egoismus. Sarah, das ist nicht der richtige Weg. Claire wäre so enttäuscht, dass du genauso geworden bist wie dein Vater. So stark und doch schwach. Du hast die Waffen mitgebracht. Wozu? Vergeltung? Dich trieb der Schmerz an, Sarah. Wer ist hier also schwach? Du weißt gar nicht, was ich durchgemacht hab. Ich will hier das Richtige tun. Ich will hier alle retten. Wie denn ohne Arche Vita? Brauchen wir sie nicht? Oder bist du nur zu feige, meinem Vater ohne Waffe gegenüber zu treten? Ich gehe zur Arche Vita. Und finde dort meinen Vater. Nicht in einer Million Jahren. Ela, jetzt! Sarah? Kathi! Was machst du denn da? Du bringst hier alles in Gefahr Komm sofort hierher zurück Du gefährdest die ganze Mission Kathi! Auf der Seite war die Treppe Ach du willst mich doch veräppeln Dann nehme ich halt die Treppe Ich finde animationstechnisch ist das natürlich nicht perfekt alles Aber ich finde die Sprecher sind halt echt gut Die Sprecherin von Cassie ist echt gut Das ist halt so ein bisschen Hörspiel-like Stärker Und ich finde die Emotionen schwingen halt schon gut mit War gar nicht verkehrt das Spiel zu spielen Ne? Auch wenn es eher interaktiver Film ist mit Ganz wenig Gameplay zwischendurch Cassi da rückt ein Staubsturm heran Bist du etwa lebensmüde? Komm zurück! Sofort! Kehr sofort um! Sonst ist alles verloren Ja! Nein! Tu es nicht! Wir kommen da durch, Ayla! Ich kehre nicht um! Cassi? Ich weiß ja, was du finden willst Aber ich denke nicht, dass es so sein wird, wie du es dir vorstellst Wir haben Schmerz und Zerstörung erlebt Wir wissen, wozu sie fähig sind Wir sollten das nicht Dann sag ich's halt, wenn du's so willst Ich hab Angst Angst vor dem, was du finden wirst Angst, dass wir die Erde nicht retten können Angst vor deinem Vater Doch mehr als alles andere Habe ich Angst vor dir Verstehst du mich? Das Schicksal von uns allen liegt in deiner Hand und ich weiß nicht, was du damit vorhast Bitte, bitte mach das nicht ganz allein Wir kommen da durch, Ayla Ich kehre nicht um Cassi? Ich weiß ja, was du finden willst Aber ich denke nicht, dass es so sein wird, wie du es dir vorstellst Cassi! Wir haben Schmerz Cassi! Und Zerstörung erlebt Wir wissen, wozu sie fähig sind Cassi! 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 Wo bist du? Cassi! Hilf mir! Cassi! Wo bist du? Ich... Ich... Ich bin hier! Ich bin hier! Komm hierher! Sachi! Schnell keines! Ich bin hierher! Komm her! Komm her! Schnell, Kleines! Ich kann Mom nicht finden! Ich finde sie! Du bringst Kathy in den Schrank unter der Treppe! Ihr bleibt im Schrank, egal was passiert! Mama und ich kommen so schnell wie möglich zu euch! Liz! Liz! Kathy, komm her! Schnell! Kathy! Beeilung! Wir haben Kathy! Liz! Isaac! Wo bist du? Beim Haus! Komm zurück zum Haus! Ich... Ich kann nicht sehen, wo du bist! Folge meiner Stimme! Schnell! Der Sturm kommt näher! Ich finde euch nicht! Liz! Liz! Ich sehe das Observatorium! Nein, nein, nein! Geh da nicht hin! Es ist nicht sicher! Nein! Liz! Liss! Kathy! Bleib da! Okay? Bleib, bleib da! Okay? Bleib da! Dad! Dad! Elizabeth! Oh mein Gott! Liz! 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 Dad! Dad bist du okay? Dad! Dad! Na komm mein Schatz! Steh auf, Liz! Komm schon! Liz! Der Sturm ist vorbei! Komm schon! Steh auf! Steh auf! Die Zeit ist! Geh nicht! Geh nicht! Dad bitte! Geh nicht! Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir nicht umgezogen? Dad! Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir nicht einfach umgezogen? Warum sind wir nicht einfach umgezogen? Wir hätten doch schon einmal umziehen können! Geh nicht! Oh Gott! Oh Gott! Wie warst du jetzt eigentlich mit dem Rover gefahren? Immer verändert sich die Umgebung extrem. Ups. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist Isaac hier? Isaac Johansson? Untertitelung des ZDF, 2020 Was bist du groß? Mein Gott, du bist so groß geworden. Die Nachricht kam an. Ja, das Einzige, was durchkam, war das erste Wort. Mondbeer. Unfassbar, wie groß du jetzt bist. Ich hätte alles gegeben, um... Isaac, hier Conrad. Hallo. Der Kohlenstoff ist knapp, wir brauchen noch etwa 1000 Titeln von Habitats für den Vita-Ausdruck, also... Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Odom sinkt sehr schnell. Miyoshi und ihr Wasserstoff haben Priorität. Ich genehmige euren Kohlenstoff für die nächste Lieferung. Jill kümmert sich drum. Okay, danke. Genehmige die Anfrage, Argus. Ist das MacArthur's ASI? Ja. Ich habe ihn mitgenommen nach... Sind das die einzigen Überlebenden? Ja. Ich wollte es gäbe mehr, aber es war ein übler Tag. So viel Trauma, die Spaltung, die Gewalt. Seit diesem Tag sind unsere Energieressourcen äußerst knapp, ähm... Nur einen Überfluss an Sauerstoff bekommen wir nach wie vor von Habitats. Ansonsten müssen wir abwägen, was wir mit unseren Ressourcen tun können und das ist, äh... Ist schwierig. Doch bisher funktioniert es. Es ist so... Wunderschön hier. Fast schöner als auf der Erde. Ja. Die anderen Leute... Sie sind nicht so erfreut, dass ich da bin. Oder? Nein. So... So ist das nicht. Ähm... Sie wussten nichts von der Nachricht an dich. Und haben wohl nicht erwartet, je wieder jemand anderen zu sehen. Oh. ich möchte dir etwas zeigen ich habe lang gebraucht und mehr ressourcen verwendet als mir lieb war aber ich konnte es halt nicht lassen mir fehlen die worte wenn du dich umgesehen hast habe ich in der küche eine überraschung für dich ist das haus nicht die überraschung sie dich also ruhig erst weiter um wenn du möchtest das einzige bild wo wir wie menschen aussehen und vernünftig mein gott konvergenz mars man nachdem sie im kampf schwere verluste erlitten haben zieht der astronaut sich in die marsianischen ebenen zurück allein während er versucht in der einöle des mars zu überleben denkt über die konsequenzen seiner handlungen nach er leuchtet kehrt er aus der wüste zurück und bittet um vergebung die marsianer gewähren dem astronauten in einem anflug von wahrem mitgefühl ihre gnade eine zweite chance seinen teil beizutragen der wunsch ist wirklich zu versuchen kann der astronaut sich bessern und rein bleiben sollte ich aufschreiben haben die kaum ressourcen erbaut und vier familienhorchs für sich alleine also was ist jetzt die überraschung ich habe da vielleicht übertrieben hier ist sie ich weiß du bist zu alt für spielzeug aber den habe ich gemacht aus holz das hier wächst schau von dort drüben ich brauchte ihn halt einfach als andenken an dich er ist sehr fragil also bitte sei vorsichtig geht schneller kaputt als die von früher was denn magst du ihn nicht ich weiß was hier los warte die hologramme und was du getan hast okay okay dann hältst du mich wohl für ein monster das nicht ich verstehe das schon ich denke oft an jeden tag ich dachte nicht dass ich dich hier wiedersehen ich wollte mich raushalten ich habe im leben so viel falsch gemacht und aber damals musste ich sie beide stoppen bevor hier alles aus war warst du etwa gegen rosa und homewood wolltest du denn nicht zu uns nach hause kommen das ist kompliziert aber aber du bist hier jetzt bist du hier und ich lasse dich nie wieder aus den augen hier bist du in sicherheit ich beschütze dich versprochen ich 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 wir sind gekommen um dich zu retten hörst du mich retten dich zur erde zu bringen du willst mich zurückbringen aber deswegen habe ich die nachricht nicht geschickt ich habe sie geschickt damit du hierher kommst was was machst du dann hier zurück auf die erde sie werden was war der plan ich 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 weiß nicht aber 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 dad wir müssen die archen mitnehmen zur erde nein 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 etwas ein für sie hier es zu über die darauf kommt zu die menschheit zerstört die erde die archen bestimmt auch sie gehen dann an die reichste oder stärkste nation das darf ich schau was wir vollbracht haben und die erde retten will niemand ich bin gleich dort warte bitte hier ja ich erkläre alles versprochen bitte okay okay ja 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 dann ja ja Schon gut. Gehen wir. Sarah, was ich getan habe, ich weiß, es war... Ist schon gut, hab alles gehört. Hab ja auch eine. Siehst du? Wir müssen zurück zu Habitats. Hier wimmelt es nur so vor. Leute, bei mir wird die Lage etwas brenzlig. Ja? Ja, die Kolonisten sind sauer, weil du den Rover geklaut hast. Sie suchen einen Weg rein. Okay. Ich hab den Streampunkt vom Aufzug gekillt und Barrikaden aufgebaut. Pass auf, ja? Ihr müsst wieder zurück, sonst hindern sie uns dran, hier wegzukommen. Ja, wir stehlen noch einen Rover und meiden zigtausend Kolonisten. Wir müssen weiter zur Archivita. Ryan, leite Habitats Strom zu Vita um und mach uns startklar. Wir machen uns jetzt auf den Weg dahin. Wir ziehen es durch. Okay. Okay, verstanden. Ich gehe zum APT Terminal. Seid beide vorsichtig. Okay? Ich hatte einen Weg gesehen. Alles okay? Yep. Es geht. Los, komm. Der Pfeiler hat zwischendurch die gleiche Scheiße geredet wie der McAfee. MacArthur, Entschuldigung. Aber bei Mac denke ich immer auf, automatisch, McAfee. Hey, hey, hey! Upsala. Wir können den Bio-Drucker doch nicht so lange allein lassen. Jemand muss zur Arsche zurück und... Wenn wir sie nicht finden, haben wir größere Probleme. Los gehen wir. Wie ist das Spiel? Technisch nicht auf der Höhe, aber ich finde es trotzdem ganz okay. Luft es rein. Geschichte kann man sich geben. Okay, ich warte bitte kurz. Meinst du, diese Anlage führt zur Arche? Sieht so aus, ja. Ob wir wohl so ganz ohne weiteres da reinkommen? Eher... nicht. Das habe ich befürchtet. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Da wäre noch ein Wartungsschacht, ist vielleicht ein Umweg, aber... Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Umwege aushalte. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Nur wie? Und wo? Das ist ihr Pumpenregler für den Sauerstoff, der von Habitas zugeleitet wird. Ja, stimmt. Und? Sieh mal. Jemand trägt einen Druckanzug. Wenn ich den Regler kurz abschalte, müssen sich alle einen Anzug suchen oder in Sicherheit bringen. Während sie damit abgelenkt sind, könntest du reingehen. Ich komme durch den Wartungstunnel unbemerkt zur Anlage. Kathy, ich... Ich weiß nicht so recht. So viele Optionen wir es nicht haben. So viele Optionen wir es nicht haben. Ich hoffe, dass du eine dieser Frequenzen mithörst. Moonbeer, bitte lauf nicht davon. Wir sind so nah dran, hier alles zu schaffen. Bitte, bleib hier bei mir. Ich kann dich nicht nochmal verlieren. Das ist die Pumpe, Ela. Wir müssen sie am Terminal abschalten. Aber schon hart, dass sie die beiden Archen mitnehmen wollen. Das sind sie nicht abgeschaltet, nur diese Hitzeschilder bewegt. Wir müssen wohl den Leitungen nach oben folgen, Ela. Weil dann alle Grünisten hier sterben müssen. Auch ihr Vater. Äh, die Kolonisten sind fast da. Wie sieht's bei euch aus? Wir sind noch nicht bei der Arche. Wir machen so schnell es geht. Also, ja. Ich will der Ehrensekte da nicht unbedingt beitreten. Ich versuch's, ja. Ich muss weg. Na los. Das funktioniert auch nicht. Leitung, Mann. Eine andere Möglichkeit gibt's wohl nicht. Lüftlenken festgestellt. Bruch von Stufe 4. Bitte legen Sie Ihre Druckerzüge an und begegnen Sie sich umgehen zu welchen Sicherheitszonen. Ja okay, vielleicht würden sie ja wirklich sterben, wenn sie, also selbst die Kronisten hier. Aber es ist ja alles, äh, dann trotzdem spekulativ. Bevor die Tür zugeht. Das wird echt knapp. Fahr hoch, Sarah, mach! Ich. Los! Ja. Ja. Mondbär, hör mir zu. Tu das nicht. Nicht nur wegen mir. Denk an die Leute. Ich. Bitte bleib. Ich kann nicht, Ted. Ich muss schnell einen anderen Weg finden. Bühne. Bühne! Bühne es. Wenn wir zurückkommen, werden wir aber nicht sagen, dass wir jemanden gefunden haben. Wir werden sagen, wir haben die Archen einfach gefunden und haben die mitgebracht und haben nicht tausende von Kolonisten vielleicht noch getötet oder hunderte oder wie auch immer, wie viele hier leben. So werden wir als Retter der Menschheit einfach zu schlecht behandelt, wenn wir auf der Basis von einem Kolonistengenozid, auch wenn es eigentlich Verbrecher sind. Ich will dich nicht verlieren. Okay, das war ein merkwürdiger Sprung, das machen wir nochmal. Mal. 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 Oh, oh, oh. Keine Sorge, Dad. Nur mit nicht so lange wirklich nachdenken, weil wenn du tot bist, kannst du eh nicht mehr denken. Ich verspreche dir, dass ich mich bessere. Ich sorge dafür, dass du in Sicherheit bist und dass uns nie wieder etwas passiert. Ob die Arten, was der Menschheit bringen, ich denke schon, dass vor allem dieser Algenatmosphärenbilder, der Sauerstoff herstellt, ganz praktisch sein wird für die Erde. Wir müssen zum Ende so kurze Dinger machen hier, ne? Dann werden wir ja nochmal auf die Kacke hauen. Mein Gott! Alter, geh weg! Schnell! Schnell! Komm rein! Alex, verschließ die Tür. Sie versuchen die Schubdüsen zu sabotieren. Okay, symmetrische Fieradies-Verschlüsselung, 64-Bit-Schiffrieerschlüssel. Pff, kein Problem. Mondberg, bitte, hör mir zu. Nur für eine Sekunde. Du musst das nicht tun. Was wir hier gebaut haben. Ich kann nicht zurück. Auf der Erde sperren sie mich weg. Ich wäre wieder fort. Kat? Sarah? Kolonisten auf der Brücke. Die Archen müssen bleiben für die Kolonie. Kat, bitte bleib du für mich. Nur du hast mir hier gefehlt. Bitte, Mondberg. Bleiben. Bitte. Ich hab's. Die Startsequenz läuft. Trieb da gestanden. Ich versuch's. Kat, gehen wir. Kat. Tut mir leid, Dad. Tut mir leid. Nein. 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 Der hat doch, der hat doch keinmal nach der Schwester von ihr gefragt. Lass doch ab, schnell. Betreten Sie Archivita sofort. Abflug bevorstehend. Sarah. Warte, ich hol dich. Wir packen das. Halt dich fest. Deshalb, er ist einfach ein Arsch. Sorry. Der hat das nicht verdient. Der ist zwar besessen von seiner Tochter, aber... Okay. Okay. Oh, Sean. Cassie. Schnell. Hey, man. Papa! Papa! Sarah! Victor, Sarah! Victor! Peter! 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 Jetzt retten die den Arsch auch noch mit. Auch wenn der in den Knast geht. Und die Kolonisten bleiben an unsständig und sich... Hä? Unser Anführer ist weg! Wir sind eine Untergang und Tod geweiht. Dicht. Überprüfe Luftzusammensetzung. Oh ja, ich weiß, ich muss das einstellen. 7822. hab ich geschehen. Nein, 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 nein. Sarah, Leitungen lüften. Bereit. Starte automatische Bodenstartsequenz. Fahre, ist schon eingefahren. Okay. Fahre Hilfsaggregate hoch. Fertig. Fahre Hilfsaggregate hoch. Lüftungshaube eingefahren. Visiercheck bereit. Bereit. Transfer von Bodenenergie zur eigenen Energie. Äh, ja, das war auch so ein Schieberegler. Da, der. Transfer abgeschlossen. Wir nutzen eigene Energie. Schalldämpfungssystem aktivieren. Aktiviert. Starte Helium-3-Schubdüsen. Sind bereit. Schubdüsen an. Und ab die Post. Start. 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 Also als Kuppelbewohner wäre ich schon ein bisschen angepisst. Wie schön, dich zu hören. Was ist mit den Youneson-Kolonisten? Hat alles geklappt. Ist erledigt. Gut. Ich liebe dich im Saali. Ich dich auch. Ihm geht's gut. Es tut mir so leid, Sarah. Einfach alles. Ach Kat, zum Schluss hast du ja richtig gehandelt. Darauf kommt's an. Warum bist du mir gefolgt? Ich weiß nicht. Falls du Isaac suchst, seine Bitte habe ich erfüllt. Folge dem Korridor. Danke. Hast du ihm denn schon das von Claire gesagt? Nein. Ich werde es ihm aber jetzt sagen. Er hat doch nicht gefragt. Ja, ich glaube übrigens, das ist wirklich gewesen. Hier haben die anderen Kolonisten in die Arche gelockt. In die andere. Also es ist doch nicht so dramatisch, wie ich zuerst gedacht habe, dass die ganzen Kolonisten da geblieben sind. Vielleicht hat's nicht mit eingeklappt, aber ein paar haben sie ja wohl mitgenommen. Pangea, dieses Ding ist vielleicht das größte Wunder, das mein Dad je konstruiert hat. Ich glaube nicht, dass jemand auf der Erde überhaupt glauben könnte, dass so eine Maschine existiert, bis sie sie mit den eigenen Augen sehen. Ein genetischer Drehdreducker. Das ist wirklich, äh, also so wie Fleisch halt auch gedruckt werden soll, meine. Also es wird ja Fleisch schon gedruckt, aber dann kannst du jedes Lebewesen irgendwie drucken. Ist echt noch Sci-Fi. Die besten Sitze im Haus. Wir haben lange nach dem richtigen Bio-Polymer gesucht. Schließlich hat es jemand gefunden. Nun erschaffen wir Natur. Wir werden viel mehr davon drucken müssen, wenn wir die Erde retten wollen. Komisch. Der Tag deiner Geburt fiel mir grad ein. Du weißt das wohl nicht, aber ich, äh, hab dich und deine Mom an dem Tag fast verloren. Wirklich? Ja. Liz brachte dich zur Welt. Es hat so schlimm, äh, gestürmt wie noch nie. Äh, der Strom fiel so gut wie jeden Tag aus. An dem Tag hat's den Krankenhausgenerator überschwemmt. Es war nicht wirklich optimal, um es gelindet zu sagen. Du wurdest geboren und deine Nabelschnur war um deinen Hals gewickelt. Und deine Mom wurde ohnmächtig durch den Schock. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ich stand einfach in der Ecke rum. Ich sah den Ärzten und Pflegern zu, wie sie versuchten, euch zu retten. Fühlte mich nur zu was. War vollkommen machtlos. Hat dir einen Stuhl gefesselt, ey. Wenn wir auf der Erde sind, bringen sie mich weg. Du weißt, wir werden nicht zusammen sein, Kathy. Ich weiß. Ich habe es echt versucht, das Beste fürs Bestehen der Menschheit zu tun. Egal, was wir auch tun. Trotz allen Bemühungen, wir finden einfach nicht zueinander. Wir bekämpfen uns auch angesichts gemeinsamer Gegner oder Ziele. Wir werden uns nicht einig, wie wir das meistern. Unsere Rhetorik wird hasserfüllt. Unser Handeln zerstörerisch. Wir stehlen das Brot von anderen, wenn wir hungrig sind und würden aus Habgier ihr Zuhause zerstören. Dies, dies tun wir uns gegenseitig an. Und uns selbst. Als wäre persönliche Bereicherung immer wichtiger als Einheit. Was wollen wir retten, wenn wir es am Ende selbst zerstören? Ich dachte wirklich, dass das, was ich tat, richtig war. Aber weißt du, wer sagt, ob man recht hat, wer darf das entscheiden? Wie schön, dich zu hören. Was ist mit den Yunus und Kolonisten? Ich, äh... Hat alles geklappt. Ist erledigt. Gut. Ich liebe dich, Usadi. Ich dich auch. Scheiße. Hat die getötet. Und selbst wenn man sich sicher sein könnte, dass man auch für das wahre Allgemeinwohl kämpft, warum muss man überhaupt dafür kämpfen? Gott, wie bleibt... Wie bleibt man da stark? Trotz alledäden. Wie bleibt man da? Gut. Ich hoffe, du hast recht. Es quillet Hoffnung fort in unserer Brust. Was? Wir können uns bessern. Wir können uns bessern. Gut. 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 Kontrollzentrum, hier ist Sarah Baker, Kommandantin Mission Opera. Die Mission war erfolgreich. Rückkehr zur Erde. In etwa sechs Monaten, 13 Tagen und vier Stunden. Kontrollzentrum, bitte antworten. Antwortet schon keiner mehr. Kontaktversuch Nummer drei. Sind Sie da? Oh Mann, ey. Dann wird es noch einen dritten geben. Oh, ist einfach ein offenes Ende. Aber ich muss sagen, letztendlich fand ich es echt nicht so schlecht. Na klar, es ist eine philosophische Geschichte. Übers, äh, menschlich sein. Im Guten wie im Schlechten. Also schade, dass es technisch halt nicht perfekt ist. Also es ist wirklich, sie haben technisch eigentlich was Besseres verdient. Aber sprechermäßig, storytechnisch und so fand ich, fand ich den gut. Nicht schlecht gemacht. Halt solide. Wie ich so gerne sage. Na ja, es ist halt auch kein Gameplay wirklich vorhanden. Also ganz wenig. Da hätte man sich auch ein bisschen mehr wünschen können. Das plätschert Gameplay technisch so ein bisschen seichter vor sich hin. Aber Aussage, Geschichte und alles. Das war nicht ordentlich. Deshalb, schön, dass ich mich heute umentschieden habe, das zu spielen. Ich glaube, wir haben dadurch ein bisschen, äh, mehr Fun gehabt, als mit, ähm, Spellforce. Conquest of EO. Aber der Sound war gut. Also der Sound war durchgehend gut. Ich mach die Credits nur ganz schnell, weil... Vielleicht kommt nach den Credits noch was? Nein. Ach, schade. Trotzdem. Fand ich sehr gut. Hat mir gefallen. Schönes, schönes Story-Spiel. Ach, es gibt ja zu wenig Sci-Fi-Story-Spiele oder Sci-Fi-Spiel letztendlich, ey. Mit Story. Ich wünsche, da wird ein bisschen mehr kommen. Immer selber auf der Erde irgendwie rumzudümpeln. Dabei kann man im Weltraum so viele tolle Sachen machen. Aber da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das nächste Sci-Fi-Spiel, was dann kommen wird, ist von Sexpence. Das Tentacle-Game. Ist, glaube ich, von Tentacle, ne? Ähm. Das wird bestimmt auch interessant mit echt harten Entscheidungen. Also wenn die sich an der Serie mit orientieren, wird das bestimmt Hammer. So ist er, glaube ich, auch dieses Jahr dran. So. Aber nach YouTube an der Stelle. Tschö. Danke fürs Zuschauen. Und im Stream bin ich noch ein paar Minuten da. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.